Wo kommt der Nebel her? Das weiß kein Mensch. Und wer hat den ersten Funken gezündet? Niemand weiß es. Eines aber steht fest. Am Anfang war die Kälte und das Feuer. Auf der einen Seite war da Niffelheim, dort herrschten Nebel und Frost. Auf der anderen Seite war Muspelheim, und dort gab es nichts als ein Meer von zischenden Flammen. Was den Nebel vom Feuer trennte, war ein riesiger, bodenloser Schlund. Und aus dieser gewaltigen Leere, dem Abgrund zwischen Licht und Dunkelheit, ist alles, was lebt, hervorgegangen, und das kam so. Irgendwo in Niffelheim gab es eine Spalte im Eis, aus der ein mächtiges Wasser schoss. Dieser Strom schäumte auf den großen Schlund zu und stürzte sich hinein. Aber weil es kalt war, fror das Wasser zu großen Eiszapfen, und je länger das ging, desto mächtiger wurde das Eis auf der einen Seite des großen Schlundes. Aber da, auf der anderen Seite, dort wo Muspelheim lag, tanzten die Funken, und die Flammen erwärmten die Luft. Tief im Schlund kämpften Hitze und Kälte miteinander, und das Eis fing an zu schmelzen. Was die Kälte geformt hatte, die Wärme erweckte es zum Leben. So entstand das erste Wesen. Es war von menschenähnlicher Gestalt, aber kein Mensch hatte solche Ausmaße. Denn Ümer, so hieß es, war ein Riese, und ein größerer Riese hat nie gelebt. Doch wovon sollte dieser Ümer leben? Von Feuer und Eis kann sich kein lebendiges Wesen ernähren. Als er sich umsah, bemerkte Ümer, dass er nicht allein auf der Welt war. Denn aus dem geschmolzenen Eis war noch ein anderes Ungeheuer hervorgegangen, das Hörner und Euter trug und von sanfter Natur war. Eine riesige Kuh, aus deren gewaltigen Zitzen Ströme von Milchrannen. Wer anders als Ümer sollte sie melken? So waren sie beide zufrieden. Die Kuh brauchte nicht mehr lange nach einem Abnehmer für ihren Überfluss zu suchen, und der Riese musste nicht verhungern. Trotzdem, irgendetwas fehlte der ersten Kuh, die bei all ihrer Größe sowie aller anderen Kühe war, nur dass sie nicht wusste, wonach ihr der Sinn stand. Sie schnüffelte und probierte alles, was in der Nähe war, bis sie ein paar reif beschlagene Steine fand, die nach Salz schmeckten. Davon konnte die Kuh, genau wie alle Kühe, die später auf die Welt kamen, gar nicht genug kriegen, bis sie an einen ganz besonderen Stein geriet. Als sie ihn mit ihrer riesigen Zunge ableckte, ahnte sie nicht, was sie damit angerichtet hatte. Noch am selben Abend nämlich wuchs aus dem Stein ein Haar hervor. Am anderen Tag kam ein Gesicht und dann ein ganzer Kopf zum Vorschein und am dritten Tag der ganze Leib eines großen, schönen Mannes. So kam Büre auf die Welt, der Stammvater aller Götter, die wir die Asen nennen. Doch unterdessen war auch Ümer, der erste Riese, nicht faul gewesen. Zwar schlief er viel, aber während er so vor sich hin schnarchte, fing er an zu schwitzen und aus seinen Achselhöhlen gingen zwei neue Wesen hervor, ein Mann und eine Frau. Auf dieses Wunder waren nun aber seine Füße eifersüchtig. Sie paarten sich miteinander und gebaren einen Sohn mit sechs Köpfen. So ist das Geschlecht der Riesen oder Trolle entstanden und von da an gab es kein Halten mehr. Die neuen Geschöpfe bekamen Kinder und ihre Kinder bekamen wieder Kinder bis auf den heutigen Tag. Am Anfang muß es ziemlich friedlich zugegangen sein auf der Welt. Die Asen und die Riesen kamen gut miteinander aus. Büre, der allererste Aase, hatte einen Sohn, der sich mit einer Riesentochter zusammentat und aus dieser Liebschaft ist Odin hervorgegangen, der später zum Häuptling aller Götter werden sollte. Aber einem solchen Frieden war auf die Dauer nicht zu trauen. Denn der Riese Ümer gab keine Ruhe. Zwar war er faul und träge und etwas anderes als Milch von seiner Kuh zu saufen und zu schlafen fiel ihm nicht ein. Doch dabei schwoll sein riesiger Leib immer weiter an und er gebar immer neue und ziemlich erschreckende Trolle, die bedrohliche Minen aufsetzten. Bald wimmelte es überall von solchen Riesenkindern. Odin und seinen Brüdern gefiel das gar nicht, denn sie waren in der Minderheit und sie wußten, wie schlecht es eine Minderheit ergehen kann, wenn sie sich nicht ihrer Haut wehrt. Eines Tages kamen sie zu dem Schluss, dass es so nicht länger weitergehen konnte. Jetzt reicht es, sagten sie sich, wenn wir nichts tun, sind wir bald am Ende. Wir müssen einen Aufstand gegen Ümer, den Großvater aller Riesen, und gegen seine Brut riskieren. Gesagt, getan, in aller Heimlichkeit schneiden Odin und seine Brüder mächtige Spieße aus den Bäumen und schleichen sich an den Riesen heran, der wie immer mit vollem Bauch schnarchend daliegt. Die Überraschung ist auf ihrer Seite. Das Blut spritzt aus den Wunden des Riesen, Ümer brüllt laut auf, dass die Gletscher kalben und Eisberge ins Wasser stürzen. Bald haben die Asen gesiegt und der größte aller Riesen ist tot. Er hat so viel Blut verloren, dass seine Kinder in der Flut ertrinken. Sie werden in den alten Schlund gespürt und verschwinden im Abgrund. Wahrscheinlich ist dabei auch die große Kuh mitgerissen worden, denn seitdem hat niemand mehr von ihr gehört und niemand hat sie wieder gesehen. Nur zwei der Riesenkinder konnten sich retten. Ein Paar, das schlau genug war, sich im Nebel zu verstecken. Diesen beiden verdankt das Riesengeschlecht sein Überleben. Doch vom Tag der ersten Schlacht an sind es die Götter, die das Heft in der Hand halten, und sie machen sich sogleich ans Werk. Den toten Ümer schleppen sie bis an den Rand des großen Weltschlundes, eine schwere Arbeit, nach der sie sich erst einmal drei Tage ausruhen müssen. Dann legen sie ihn über den Abgrund, der unter dem riesigen Leichnam verschwindet. Sie überlegen lange, was man mit dem Toten anfangen kann. Vielleicht kann man eine ganze Welt aus ihm erschaffen. Er hat so viel Blut verloren, dass es für ein ganzes Meer reicht. Und aus seinem Fleisch kann man das feste Land machen, aus seinen Knochen Berge und Klippen, aus seinen Knöcheln und Zähnen Gestein und Geröll, aus dem Haar Bäume und Gras. Am Ende bleibt nur noch der Schädel. Die Hirnschale des Riesen setzen die Götter wie eine Kuppel über alles, was sie erschaffen haben, und so ist das Himmelsgewölbe entstanden. Das Gehirn aber werfen sie hoch in die Luft, wo es zerflattert, und so sind die Wolken zustande gekommen, die über den Himmel ziehen. Doch damit war die Welt noch lange nicht fertig. Zum Beispiel fehlen immer noch die Zwerge, die Unterirdischen, die in Grotten und Höhlen leben. Auch sie sind aus Ümers großer Leiche hervorgegangen, denn es waren keine gewöhnlichen Würmer, die sich da an ihr gütlich taten. Oh nein! Ohne die Zwerge sähe die Welt ganz anders aus. Man verdankt ihnen die Schmiedekunst, die sie erfunden haben, und manches andere. Allerdings, es ist wenig Verlass auf sie. Manchmal schlagen sie sich nämlich auf die Seite der Trolle. Trotzdem, ohne sie geht es nicht. Das sahen auch die Götter ein. Und sie erwählten vier von ihnen, um das Himmelsgewölbe zu stützen und die vier Ecken der Welt zu bewachen. Diese vier heißen Osten, Westen, Norden und Süden. Also auch für die Himmelsrichtungen müssen wir uns bei den Zwergen bedanken. Nun war es den Asen aber am Himmel noch zu dunkel. Im warmen Muspelheim, ganz im Süden, wo das Feuer zu Hause war, holten sie sich Funken und hefteten sie an den Himmel. Dort hängen sie heute noch auf der Innenseite des alten Riesenschädels. So sind die Sterne entstanden. Und wie ging es weiter? Nun, Odin hatte zwei Brüder. Der eine hieß Wile und war sehr klug. Der andere hieß Weh und hatte scharfe Augen, gute Ohren und war sehr berät. Eines Tages gingen sie alle drei am Strand spazieren und fanden dort zwei große Hölzer, die die Flut an Land getrieben hatte. »Seht nur«, sagte Weh, »dieses Strandholz sieht ja fast aus wie wir.« »Wieso denn?« fragte Odin. »Ganz einfach«, sagte Wile. »Das hier ist der Kopf, das sind die Arme und zwei Beine haben sie auch.« Nun muß man wissen, dass die Götter gerne spielen. Und so nahmen sie nur zum Spaß die beiden Stöcke in die Hand, stellten sie auf und kleideten sie ein. Odin hauchte ihnen Leben ein, so daß sie atmen konnten, Wile gab ihnen Vernunft und Verstand und Weh verlieh ihnen die Gabe des Gehörs, des Gesichts und der Rede. Warmes Blut pulsierte durch ihre Adern und ihr Haar, ihre Haut, ihre Augen nahmen Farbe an. Nun waren sie kein Strandgut mehr, sondern ein Mann und eine Frau. Die Asen nannten sie Asch und Embla und von diesen beiden Eltern stammt die ganze Menschheit ab. Nun gab es zwar Asen, Trolle und Menschen, aber es war sonderbar still auf der Welt. Irgendetwas fehlte. Wahrscheinlich war es Wile, der als erster verstand, was es war. »Wisst ihr, warum sich hier nichts rührt?« fragte er seine Brüder. »Uns fehlt die Zeit. Es ist immer dasselbe am Himmel. Weder wird es richtig hell noch richtig dunkel. So kann es nicht weitergehen.« Da fiel ihnen eine Riesenfrau ein, die ganz besonders dunkel war. Sie hieß Nutt und sie hatte einen Liebhaber unter den Asen, der mit ihr einen Sohn namens Dark zeugte, und der war ausnehmend hell. »Die beiden,« sagte Wile, »sollten wir besuchen.« Das leuchtete Odin ein. Er ging zu Nutt und Dark, und beide, Mutter und Sohn, gefielen ihm so sehr, dass er ihnen Pferde und Wagen schenkte. »Habt ihr Lust, über die ganze Welt zu reisen?« fragte er. »Warum nicht?« antworteten sie. »Aber die Reise geht hoch hinaus,« gab Odin zu bedenken. »So hoch, dass ihr alles sehen könnt, und sie nimmt kein Ende.« Nutt und Dark schreckte das nicht, und so hob Odin sie zum Himmel empor. Nutt fuhr als Erste los. Ihr Ross hatte rauhreif in der Mähne, und am Morgen fallen Schaumtropfen aus seinem Maul. Das ist der Tau, der in der Frühe auf den Wiesen liegt. Kaum war Nutt auf dem Heimweg, da machte sich Dark auf die Reise. Sein Ross schimmert, und seine Mähne leuchtet blendend hell. Seit der ersten Fahrt dieser beiden kann man Tag und Nacht unterscheiden. Man weiß, wie spät es ist, und kann die Tage und die Jahre zählen. Das Licht des Tages kommt also nicht von der Sonne, wie wir gerne glauben. Natürlich, auch Sonne und Mond sind aus dem Funken erschaffen, von denen Muspelheim sprüht, und es ist auch wahr, dass beide auf ihrem Wagen über den Himmel ziehen. Aber wer passt darauf auf, dass sie nicht herunterfallen? Und wer lenkt ihre Pferde? Das sind zwei Menschenkinder, ein Junge und ein Mädchen. Die waren so schön, und ihr Vater war so stolz auf sie, dass er die Tochter Sonne nannte und den Sohn Mond. Das fanden die Asen reichlich übermütig, und sie beschlossen, dem stolzen Vater die Kinder wegzunehmen. Die Tochter muss seitdem die Rösser des Sonnenwagens und der Sohn die Mondpferde lenken. Das ist nicht einfach, denn die beiden sind immer in Eile. Immerzu sind nämlich zwei Wölfe hinter ihnen her, die nach ihnen schnappen und sie verschlingen wollen. Das sind keine gewöhnlichen Bestien, es sind die Kinder einer alten Trollfrau, die weit im Osten lebt, im Walde Eisenholz. Diese Frau hat noch viele andere Riesen in die Welt gesetzt, und alle haben die Gestalt von Wölfen. Bis auf den heutigen Tag haben Sonne und Mond den Wettlauf mit ihren Verfolgern gewonnen, und man kann nur hoffen, dass es dabei bleibt. Bleibt nur noch die Frage, wo der Wind herkommt. Auch er ist aus dem Geschlecht der Trolle hervorgegangen, aber er gehört nicht zu den Wolfskindern, sondern hat die Gestalt eines riesigen Adlers. Er wohnt im hohen Norden, und sobald er sich in die Lüfte erhebt und mit seinen gewaltigen Schwingen schlägt, stürmt es, und überall fliegen die Pfannen vom Dach. Eigentlich war die Welt nun so ziemlich fertig. Natürlich gab es dauernd Streit zwischen Asen und Trollen, aber manchmal setzte sich der eine oder die andere über die alte Feindschaft hinweg, und dann kam es zu heißen Liebschaften. So war ja auch die Nacht entstanden. Sogar Odin fand nichts dabei, hin und wieder eine Trollfrau zu umarmen, denn auch in Jotunheim, wo die Trolle zu Hause sind, gab es schöne Mädchen. Doch vor allem sind die Riesen gefährliche Wesen, denen man nicht über den Weg trauen kann. Besonders die Menschen müssen sich vor ihnen hüten, denn wer kommt schon gegen einen Riesen auf? Das sah auch Odin ein, und so beschloss er, den Menschen zuliebe eine Burg zu bauen. Nicht irgendwo am Rand der Welt, sondern in der Mitte. Dort befahl der Häuptling der Götter, einen Bauplatz zu roden. Allerdings eine Frage bereitete den Asen Kopfzerbrechen. Ziegel und Balken waren noch nicht erfunden. Wo gab es ein Material, das fest genug war, um eine Burg zu errichten? Die Asen erinnerten sich an die Erschaffung der Welt, und da fiel ihnen etwas ein, was sie damals weggeworfen hatten, weil sie dachten, dass es zu nichts Nütze war. Das waren die Augenbrauen und die Wimpern Ümers des ersten Riesen. Die waren so dick und stabil wie die besten Balken. Es dauerte nicht lange, und die Burg war fertig. Eine weitläufige Mauer umgab den Bezirk, der Midgard heißt, und der zur Heimat der Menschen wurde. Dort konnten sie sich sicher fühlen. Selbstverständlich dachten die Asen nicht daran, sich mit den Menschen allzu gemein zu machen. Sie wollten gern in ihrer Nähe wohnen, aber nicht in demselben Haus. Deshalb errichteten sie hoch über Midgard eine ganz besonders prächtige Brück, die sie Asgard nannten, und damit es ganz klar war, wer hier das Sagen hatte, legten sie zwischen ihre Festung und der Welt der Menschen eine große, leuchtende Brücke. Sie heißt Bifrost, und das bedeutet so viel wie der zitternde Weg. Die Menschen nennen sie den Regenbogen. Über diese Brücke können nur die Asen reiten, denn das Rot im Regenbogen ist flammendes Feuer. So hält man sich ungebetene Gäste vom Leib. Bescheiden kann man es nicht nennen, wie sich die Götter eingerichtet haben. In Asgard gibt es nämlich viele prächtige Häuser und Festseele, und es ist klar, dass das allerschönste Schloss Odin gehört. Es ist in- und auswendig vergoldet und liegt genau in der Mitte. Hier hat Odin seinen Hochsitz. Wenn er sich auf seinem Thron niederlässt, kann er die ganze Welt überblicken. Er sieht, dass die Erde rund ist, natürlich nicht wie ein Ball, sondern wie eine große Scheibe mit Kreisen, die ineinander liegen, wie die Jahresringe eines alten Baumes. Ganz draußen schäumt das große Weltmeer. Im äußersten Rand des Erdkreises liegt Jotunheim und Einöd, wo die Riesen oder Trolle zu Hause sind. Im Inneren liegt Midgard, wo die Menschen wohnen. Ganz im Zentrum, in Asgard, haben sich die Asen eingerichtet, und in der Mitte der Mitte wohnt Odin, der sein Schloss auf einer großen Wiese gebaut hat. Genau dort haben die Götter auch ihren Hofbaum gepflanzt, die Esche Yggdrasil. Ihre Krone reicht bis in den Himmel, und ihre immergrünen Äste streckt sie über die ganze Welt aus. Eigentlich könnte Odin zufrieden sein. Hat er nicht alles wunderbar eingerichtet? Aber manchmal macht er sich Sorgen, denn er sieht allerhand Dinge, die ihn bekümmern, zum Beispiel die Sache mit den Alben, wo diese sonderbaren Geschöpfe nur herkommen. Er kann sich nicht erinnern, dass die Asen sie geschaffen haben. Klar ist nur, dass sie mit den Trollen und mit den Zwergen verwandt sind. Vielleicht machen sie sogar gemeinsame Sache mit ihnen. Er muss feststellen, dass die Alben manchmal heimlich über die Mauern von Midgard klettern. Es gibt weiße und schwarze Alben. In tausenderlei Verkleidungen schleichen sie sich unter die Menschen ein. Sie sagen dann, sie hätten nachts Gespenster gesehen oder Meerungeheuer, unterirdische Wesen mit Klauen und Schwänzen. Das sind die Huldrin. Manchmal locken sie die Menschen in tiefe Höhlen unter der Erde, um sie dort gefangen zu halten und zu heiraten. Wieder andere sind arge Kinderdiebe. Oft vertauschen sie die Neugeborenen in der Wiege und hinterlassen der Mutter einen Wechselbalg. Odin weiß, dass das keine bloße Einbildung ist. Er weiß Bescheid. Er kennt die Mächte der Finsternis und ihre Verwandlungskünste, und es ist ihm klar, dass sie sich vermehren können wie die Hasen, wenn man sie gewähren lässt. Allerdings nicht nur die schwarzen Alben, sondern auch die Weisen. Das sind freundliche Geister. Auch unter den Huldrin gibt es viele, die den Menschen, die sie ehren, gern zu Hilfe kommen. Aber auch Odin versteht nicht alles, was es gibt auf der Welt. Was sind das alles für Wesen, die er nicht geschaffen hat? Wo kommen sie her? Wenn er den Blick gen Süden wendet, auf das glühende Muspelheim, dann entgeht es ihm nicht, dass auch dort ein Volk von fremden Wesen haust, die wie lebende Fackeln brennen. Aber das ist noch gar nichts, was ihn noch viel mehr erschreckt. Er merkt, dass es noch andere Götter als die Asen gibt auf der Welt. Sie nennen sich die Warnen und wohnen auf einer Burg, die Warnheim heißt. Es scheinen friedliche Götter zu sein, die sich vor allem um die Pflanzen und die Tiere kümmern. Die helfen auch den Bauern bei ihrer Arbeit, und mit den Alben stehen sie auf vertrautem Fuß. Das wäre nicht so schlimm. Nur fragt sich Odin manchmal, ob die Welt denn Platz für zwei Göttersippen hat. Wer weiß, ob das auf die Dauer gut gehen kann. Odin denkt, dass man immer mit dem Schlimmsten rechnen muss. Vielleicht stellt sich eines Tages heraus, dass diese Warnen gefährlich werden können. Und deshalb versammelt er die Asen um sich und sagt ihnen, wir müssen auf alles gefasst sein. Wenn es Krieg gibt, ist es aus und vorbei mit dem sorglosen Leben auf Asgard. Dann geht es ums Ganze. Seid ihr bereit? Noch war es nicht so weit. Denn die Welt war jung. Alles musste erst gelernt und ausprobiert werden. Die Vögel mussten lang üben, bis sie so gut singen konnten wie heutzutage. Und die Bienen wussten noch nicht so genau, wie sie an den Honig kamen. Fliegen, schwimmen, laufen, das alles wollte gelernt sein. Noch war das Leben nicht festgelegt und festgefahren. Alles konnte sich ändern. Auch die Menschen fanden erst nach und nach heraus, wozu sie fähig waren, zu Liebe und Treue, aber auch zu Hass und Verrat. Wer war Freund und wer Feind? Das war nicht immer leicht zu entscheiden. Die Zeit war voller Unsicherheit und Neugier. Zum Beispiel sahen die Menschen gar nicht ein, warum ein Mann nicht viele Frauen haben kann. Und auch die Frauen nahmen es nicht so genau mit der Treue und wussten nicht, ob sie sich an einen halten sollten oder ob es nicht lustiger mit mehreren war. So war es auch bei den Göttern. Odins Frau war Frigga, die erste und vornehmste unter den Göttinnen. Mit ihr hatte er auch seinen erstgeborenen Sohn, der Baldur hieß. Aber das hinderte ihn nicht daran, sich auch mit anderen Frauen einzulassen. Seinen zweiten Sohn, den Donnergott Thor, zeugte er mit einer Trollfrau, obwohl es zwischen Asen und Riesen einen uralten Streit gab. Aber man kann sich auch in eine Feindin verlieben, warum nicht? Vielleicht ist das sogar spannender. Damals hat es auch Überläufer gegeben. Loki zum Beispiel, dessen Eltern Riesen waren, hat sich schon sehr früh mit Odin angefreundet und ist in Asgard, der Burg der Götter, eingezogen. Ja, es war eine recht verworrene Zeit, das muss man schon sagen. Auch Odin war rastlos. Es gab so vieles, was er nicht wusste, und das war ihm sehr unangenehm. Denn als der oberste aller Götter wollte er sich wohl ganz genau auskennen in der Welt, über die er herrschte. Deshalb begab er sich auf die Wanderschaft, und damit ihn nicht jeder gleich erkannte, verkleidete er sich in tausenderlei Gestalten. Er sprach mit Tieren und Menschen, mit Trollen und Wahrsagerinnen, wo er sie traf. Wer die Welt erschaffen hat, sagte er sich, muss sie auch verstehen. Er wagte sich weit ins Land der Riesen, nach Jotunheim hinein. Er hatte nämlich gehört, dass dort einer lebte, von dem es hieß, er sei das Klügste von allen Geschöpfen. Dieser Troll hieß Mime. Er war ein Einsiedler, der sich fern von den anderen Riesen hielt, und der Weg zu seiner Behausung war voller Gefahren. Was scherten Odin solche Hindernisse? Er wollte wissen, woher Mime seine Weisheit hatte, und als er ihn heimsuchte, sah er, wie der Troll aus einer Quelle trank. Das war Mimes Geheimnis. Denn das Wasser aus diesem Brunnen macht jeden, der davon trinkt, jedes Mal ein wenig klüger als zuvor. Ich will auch von deiner Quelle trinken, sagte Odin. Da könnte ja jeder kommen, antwortete Mime. Wer bist du überhaupt, und wer hat dich eingeladen? Ich bin nur ein gewöhnlicher Wanderer, sagte Odin, der nicht wollte, dass jeder wusste, wer er war. Diese Quelle ist nicht für jeden hergelaufenen Landstreicher da, rief Mime. Der Einzige, der aus ihr trinken darf, bin ich. Odin versuchte es zuerst mit Versprechungen, doch Mime sagte, was kann ein Kerl wie du mir schon versprechen, das ich nicht selber hätte? Und als ich Odin auf Drohungen verlegte, lachte er ihn aus. Nun muss man wissen, dass Odin damals noch ein sehr junger Gott war, dem es an Selbstvertrauen fehlte. Seiner Allmacht war er ganz und gar nicht sicher, und er hatte nicht das Gefühl, dass er der Klügste war. Vielleicht hat Mime mich durchschaut, dachte er, und er macht sich lustig über mich. Aber so war es nicht, denn plötzlich fuhr ihn Mime an, gib mir eins von deinen Augen. Odin traute seinen Ohren nicht. Her damit, rief der Troll, dann kannst du von meinem Brunnen trinken, so viel du willst. Odin aber ließ sich durch Mimes Verlangen nicht abschrecken, denn noch nie war einer im Himmel oder auf der Erde so auf Weisheit und Erkenntnis erpicht wie er. Ohne einen Moment zu zögern, riß der Fremde sich ein Auge heraus, legte sich an die Quelle und trank. Da fiel es Mime wie Schuppen von den Augen, und er begriff, mit wem er es zu tun hatte. Er war schließlich der Klügste unter den Riesen. Das war kein gewöhnlicher Landstreicher, das war ein Gott, und Mime beschloss, sich Odin anzuschließen, sein Freund und Ratgeber zu werden. Mimes Quelle lag unter einer gewaltigen Baumwurzel. »Warum schlägst du diese Wurzel nicht ab?« fragte Odin. »Dann ist es bequemer, aus ihr zu trinken.« »Wo denkst du hin?« »Weißt du nicht, dass es kein gewöhnlicher Baum ist, aus dem diese Quelle ihr Wasser zieht?« »Es ist die Weltesche Yggdrasil, die drei Wurzeln hat, eine hier, wo du jetzt sitzt, die zweite in Niffelheim, weit im nördlichen Nebel, und die dritte, die dritte dort, wo ich herkomme,« sagte Odin, »bei allen Göttinnen in Asgard.« »Dann begreifst du wohl, dass man die Wurzeln dieses Baumes nicht antasten darf, denn er ist heilig, und wehe uns allen, wenn ihm jemand etwas zu Leide tut. Ja, mein Freund, wer die Welt verstehen will, der muss wissen, was es mit Yggdrasil auf sich hat.« Das nahm Odin sich zu Herzen, und als er wieder zu Hause war, legte er sich auf die große Wiese und blickte nach oben. Er sah, dass die Weltesche einer Säule glich, auf der der Himmel ruht. Aber er bemerkte auch, dass in ihrer Krone und unter ihrem Geäst allerhand Getier hauste. Von dem Honigtau, der aus ihrem Laub tropfte, lebten die Bienen. Die waren harmlos, aber von den vier Hirschen, die zwischen den starken Ästen herumsprangen, konnte man das nicht sagen, denn sie rauften das Laub ab und nagten an den frischen Trieben. In Yggdrasils Wipfel nistet ein kluger Adler, und zwischen seinen Augen hat sich ein Habicht niedergelassen. Und das ist noch nicht alles. Odin hat auch von der großen Schlange Neidhiebreden hören, die im fernen Niffelheim zu Hause ist, an einer der drei Quellen. Ausgerechnet an der Wurzel soll sie sich niedergelassen haben, an der nagt und nagt sie, und wer weiß, wie lange die Esche das aushalten kann. So geriet Odin ins Grübeln. Was geschieht, wenn der Baum verrottet oder wenn jemand ihn fällt, fragte er sich. Doch zögerte er auch, das zu ändern, was er nicht verstand oder das zu vernichten, was er nicht leiden mochte. Lieber wollte er versuchen, zu schützen und zu hüten, was ihm gut und teuer schien. Vor allem musste er sich um seine eigene Quelle kümmern, die mitten in Asgard entsprang. Ihr frisches Wasser speist einen Teich, auf dem zwei Schwäne schwimmen, und drei mächtige Frauen, die man die Nornen nennt, behüten sie. Urt, Verdande und Skuld, die das Gute und das Böse bestimmt. Das war auch dringend nötig, denn lange wehrte der Frieden nicht. Eines Tages tauchte in Asgard eine Hexe auf. Odin war nicht geneigt, sie zu empfangen. Aber er war und ist ja der Gott der Gastfreundschaft, und so blieb ihm nichts anderes übrig, als sich an seine eigenen Gesetze zu halten. Gullveig, so hieß der unerwünschte Gast, leuchtete die Gier aus den Augen. Gold und Reichtum, das war für sie das Wichtigste auf der Welt, und mit dieser Liebe zum Gold suchte sie auch alle anderen anzustecken. »Wie könnt ihr nur glücklich sein, wenn ihr keine Schätze habt?« geiferte sie. Das waren starke Worte, die auch auf die Asen Eindruck machten. Schon dachten einige daran, auf Beute auszugehen. Aber Odin sah bei Zeiten, wohin das führen musste, und er warnte seine Leute. »Ohne diese Hexe«, sagte er, »wäre die Welt ein besserer Ort. Wir müssen sie loswerden.« Da ergriffen die Asen Gullveig, stachen mit ihren Speeren auf sie ein und warfen sie ins Feuer. Aber die Hexe war zäh. Als die Flammen abgebrannt waren, stand sie wieder auf und war so lebendig wie zuvor. Dreimal versuchten die Asen, sie auf den Scheiterhaufen zu werfen, doch jedes Mal stieg sie frisch und munter aus dem Feuer. Die Götter konnten ihr nicht den Garaus machen, denn Gullveig war eine äußerst trickreiche Trollfrau und noch dazu eine, die zaubern konnte. Den Asen aber war es nicht gegeben, mit schwarzer Magie umzugehen. Ihre Kraft bestand nicht darin, zu trügen und zu lügen, sondern darin, Neues zu erschaffen. Höhnisch lachend ging Gullveig ihres Weges, und seitdem wandert sie unter tausend falschen Namen und Masken durch die Welt und verleumdet die Asen. Überall stiftet sie Unfrieden unter den Menschen und freut sich jedes Mal, wenn sie wieder eine Freundschaft zerstört oder einen Familienstreit angezettelt hat. Zuerst aber machte sie sich auf den Weg nach Warnheim zu den unbekannten Göttern, die dort lebten. Mit herzbewegenden Worten schilderte sie den Warnen, welche Grausamkeiten sie in Asgard zu erdulden hatte. Die Warnen waren empört. Vielleicht war ihnen die Hexe auch sympathisch, weil sie, wie es heißt, selber reichlich viel Gefallen an der Zauberkunst fanden. Jedenfalls wußte Gullveig, wie sie es anstellen mußte, sie gegen die Asen aufzuhetzen. »Mag schon sein,« sagte sie, »dass die Asen die Welt erschaffen haben, aber das heißt noch lange nicht, dass sie über alle anderen herrschen sollen. Immer führen sie das große Wort, so als hätte unser einer nichts zu sagen.« Diese Reden gefielen den Warnen, die sich schon lange darüber geärgert hatten, dass sich niemand um sie kümmerte. »Recht hast du,« riefen sie, »wir haben es satt, die zweite Geige zu spielen. So kann man mit uns Warnen nicht umspringen. Lasst uns ein Heer rüsten und denen auf Asgard zeigen, wer auf dieser Welt die Stärkeren sind.« Und das ließen sich die Warnen nicht zweimal sagen. Aber Odin entgeht so leicht nichts, was auf der Welt vorgeht. Er bemerkte von seinem Hochsitz aus, wie sich die Warnen zum Kampf rüsteten. Schon von Weitem sah er sie mit ihren Reitern anrücken, und er befahl den Seinen, sich zu rüsten. Vor den Mauern von Asgard trafen die beiden Heere aufeinander. Einen Augenblick lang standen sie Auge in Auge. Dann zögerte Odin nicht länger und warf seinen Speer in die Schar der Feinde. Der erste Krieg der Welt hatte begonnen. Anfangs sah es ganz so aus, als behielten die Warnen die Oberhand. Sie hatten die stärkeren Flüche, die sie den Asen an den Kopf warfen, aber das war nur ein Teil ihrer Zaubertricks. Manche benützten Tarnkappen, andere täuschten Angreifer vor, die gar nicht da waren. Wenn die Asen auf sie losgingen, fanden sie nur tote Baumstümpfe, auf die sie einschlugen. Sogar die Mauern der Götterburg erzitterten unter den Zaubersprüchen, und hier und da gelang es den Warnen, Breschen in die Festung zu schlagen und auf die große Wiese vorzudringen. Aber auf die Dauer waren die Machenschaften der Warnen der Kraft der Asen nicht gewachsen, und die Angreifer wurden in die Flucht geschlagen. Das Heer der Götter trieb sie vor sich her bis in ihr eigenes Gebiet und nun begann ein Plündern und Brandschatzen in Warnheim, das den Besiegten die Tränen in die Augen trieb. Der Kampf kostete auf beiden Seiten vielen das Leben, Odins Brüder fielen, aber auch die alte Hexe Gullvaig überlebte nicht. Doch die Warnen wehrten sich erbittert, und je länger der Krieg dauerte, desto mehr mussten die Kämpfer einsehen, dass keine der beiden Seiten gewinnen würde. Wenn keiner diesem Wahnsinn ein Ende machte, stünde bald die ganze Welt in Flammen. Deshalb beschlossen die Anführer zu verhandeln. Ein Treffen der Gesandten wurde vereinbart, und nach langem Hin und Her riefen sie einen Waffenstillstand aus. Als Unterpfand des Friedens tauschten sie Geiseln aus. Die Warnen sandten einen ihrer besten Männer nach Asgard, er hieß Njord, und er brachte einen Sohn und eine Tochter mit, frei und freier. Dafür mussten die Asen Hune, einen der Iren, nach Warnheim schicken, und Mime, der klügste aller Trolle, Odins Freund, musste ihn begleiten. Odin wollte den Streit ein für allemal zu Ende bringen. Deshalb befahl er, dass die drei Geiseln aus Warnheim wie Gäste behandelt werden sollten. Er räumte ihnen sogar einen Platz im Rat der Götter ein. Von nun an, sagte er, sollen sie gleiche Rechte und Pflichten, wie wir alle haben und zu uns gehören. Im Gegenzug wählten die Warnen Hune zu ihrem Häuptling. Odins Entscheidung war klug, denn auf diese Weise erfuhren die Asen vieles, was sie von ihren Gegnern nicht gewusst hatten, wie es in Warnheim zuging und was für seltsame Sitten dort herrschten. Zum Beispiel war es bei den Warnen immer noch der Brauch, dass Geschwister einander heirateten. Njord war einer von denen, die ihre eigene Schwester geschwängert hatten und so waren Frey und Freier enger miteinander verwandt als andere Leute. Noch viel spannender war das, was die Asen über die magischen Künste der Warnen zu hören bekamen. Dass Njord sich darauf verstand, den Wind, die See und das Feuer zu beherrschen. Wenn er will, kann er Glück beim Fischen und Heil bei der Jagd herbeizaubern. Und Frey ist noch mächtiger als sein Vater, denn er kann gutes und schlechtes Wetter machen und ist Herr über alles, was wächst. Auf diese Weise bringt er denen, die er schätzt, Wohlstand und Frieden. Aber die reizendste und gefährlichste unter den Warnen ist doch seine Schwester Freier. Keine auf der Welt ist schöner als sie. Sie fährt einen Wagen, der von zwei Katzen gezogen wird, und wenn sie fliegen will, verwandelt sie sich in einen Falken. Wenn sie weint, vergießt sie Tränen aus schierem Gold. Vor allem aber ist sie die Göttin der Liebe, und von allen Mächten, die das Leben der Götter und der Menschen beherrschen, ist die Liebe die stärkste. Das alles vernahmen die Asen, und sie konnten von diesen neuen Wundern nicht genug kriegen. Odin merkte sich alles, was er zu hören bekam, aber auch Loki, der Riesensohn, der mit ihm Blutsbrüderschaft geschlossen hatte, spitzte die Ohren. Loki ist ein ausgesprochen hübscher Troll, aber man kann ihm nie ganz über den Weg trauen, denn er ist listig und gemein. Insgeheim hält er es immer noch mit dem Clan der Riesen. Doch Odin hat von Anfang an einen Narren an ihm gefressen und vertraut seiner glatten Zunge. Loki versteht sich auf die Kunst, Worte zu verdrehen und alles zu seinem Vorteil zu wenden. Schon vorher war ihm die Zauberkunst nicht fremd, aber was er nun von den Wahlen gelernt hat, macht ihn noch viel gefährlicher. Der Erste, den er in seiner Bosheit aufs Korn nahm, war Thor, Odins erstgeborener Sohn. Der hatte von der Klugheit seines Vaters kaum etwas geerbt. So simpel, wie er war, bot er sich Loki als leichtes Opfer an. Außerdem ist er hitzig und kann sich nur schwer beherrschen. Andererseits fehlt es ihm nicht an Gerechtigkeitssinn. Gern beschützt er die Schwachen, wenn ihnen jemand Unrecht tut. Jedes Mal, wenn die Riesen in Midgard einfallen, um die Menschen zu plagen, ist Thor zur Stelle, um ihnen zu helfen. Da sind die Trolle gut beraten, wenn sie von ihren Opfern ablassen und fliehen, denn Thor ist groß und stark, und wenn er seinen Gürtel anlegt, verdoppeln sich seine Kräfte. Er hasst Verrat und Ränkespiele. Wahrscheinlich war das der Grund dafür, dass Loki sich gerade ihn ausgesucht hat, um eine Probe seiner Tücke zu liefern. In der Nacht können sich die Asen sicher fühlen. Sie schlafen ruhig, denn sie wissen, dass Heimdal, der Gott, der am Fuß der Regenbogenbrücke wohnt, Wache hält. Der braucht weniger Schlaf als ein Vogel und er kann, ob es Tag oder Nacht ist, hundert Meilen weit sehen. So gute Ohren hat er, dass er nicht nur das Gras, sondern auch die Wolle an den Schafen wachsen hört. Kein Feind kann sich den Mauern von Asgard nähern, ohne dass Heimdal es merkt. Aber diesmal kommt der Feind nicht von draußen. Der Schwarzgewandete, der sich da von Haus zu Haus schleicht, ist einer von den eigenen Leuten. Jetzt nähert er sich einem riesigen Gebäude, das 450 Zimmer hat. Thor hat sich in seinem Übermut dieses Haums gebaut, aber heute schläft er nicht in seinem Bett, er ist hinausgeritten, um gegen die Riesen zu kämpfen. Alle Lichter sind gelöscht und es ist still im ganzen Haus. Der Eindringling geht auf Zehenspitzen durch die Flure und blickt durchs Schlüsselloch in jedes Zimmer. Endlich findet er, was er gesucht hat. Der Mond scheint durchs Fenster und in seinem schwachen Schein sieht er Thors Frau da liegen. Die heißt Sif. Ihr langes, weiches Haar fällt über die Bettkante. Der Schwarzgekleidete lächelt. Dann macht er sich so klein, dass er durchs Schlüsselloch in Sif's Schlafzimmer kommt. Am anderen Morgen kommt Thor nach Hause. Wieder einmal hat er die Riesen besiegt. Jetzt ist er müde und möchte sich ausschlafen. Er ruft, Liebe Sif, lass mich herein. Aber Sif antwortet ihm nicht. Er hört, wie sie weint und hitzig, wie er ist, sprengt er sogleich die Türe auf. Schau mich nicht an, bittet ihn seine Frau. Bitte schau mich nicht an. Und sie versteckt sich unter der Bettdecke. Ungeduldig reißt Thor die Decke in die Höhe und was er da zu sehen bekommt, erfüllt ihn mit rasender Wut. Denn Sif, die so wunderbares Haar hatte, dass sogar Freier die Liebesgötte neidisch wurde, ist am ganzen Kopf kahl wie eine Puppe. Wer hat das getan? brüllt Thor. Ich weiß es nicht, sagt Sif. Ich bin eingeschlafen und als ich aufwachte, sie bricht in Tränen aus. Thor glaubt ihr. Ja, er ahnt sogar, wer das gewesen sein könnte. Und er hat richtig geraten. Denn zu gleicher Stunde sitzt Loki bei seinen Kumpanen und prahlt. Oh, bei Sif war ich mehr als willkommen. Sie hatte nichts dagegen, im Bett Besuch zu bekommen. Großes Gelächter. Kein Wunder, sagen Lokis Freunde. Thor ist ja fast nie zu Hause. Aber das Lachen vergeht ihnen rasch, denn nun steht Thor in der Tür. Seine Augen sprühen Funken und er drohend seine Faust erhoben. Immer mit der Ruhe, zwitschert Loki. Du wirst doch ein wenig Spaß verstehen, oder nicht? Thor geht auf ihn los. Und es sieht ganz so aus, als wolle er ihm alle Knochen brechen. Im letzten Augenblick werfen sich Lokis Kumpane dazwischen. Ich bring dich um, wenn du ihr nicht neues Haar verschaffst, ruft Thor und versucht sich loszureißen. Ich verspreche es, winselt Loki, hoch und heilig. Dir werde ich Beine machen. Neues Haar, und zwar sofort. Ich will, dass es noch schöner wird als das, das du ihr abgeschnitten hast. Ja, ja, jault Loki. Gib mir nur ein paar Tage Zeit. Erst da, löst Thor den Würgegriff, um Lokis Kehle und der Übeltäter rennt davon. Versuche ja, nicht dich zu drücken, brüllt Thor ihm nach. Sonst kannst du was erleben. Ich finde dich überall und wenn du dich in den Gluten von Muspelheim versteckst. Wie wird sich Loki aus der Schlinge ziehen? Ach, dieser Kerl ist nie um Rat verlegen. Er macht sich auf den Weg zu den Schwarzalben, die unter der Erde wohnen. Die Strecke kennt er von früher und in den Höhlen und Grotten kennt er sich aus. Die einzigen, die ihm helfen können, sind die Zwerge, denn sie verstehen sich auf die Schmiedekunst. Ich brauche Fäden aus Gold, tausende von langen, feinen Fäden, so dünn wie Menschenhaar. So, sagen die Zwerge, wozu denn? Meine Frau, antwortet Loki, hat bei einem Feuer ihre Haare eingebüßt und ich will ihr neue schenken. Das ist aber viel Arbeit, erwidern die Zwerge. Und überhaupt, warum sollen wir dir helfen? Aber Loki weiß immer eine Antwort. Stellt euch nur einmal vor, wie berühmt ihr in Asgard werden könnt, wenn ihr tut, was ich von euch verlange. Man muss sich gut mit den Asen stellen, denn sie sind sehr mächtig, besonders Odin. Ihr solltet ihn als Freund und Beschützer gewinnen. Schon haben die Zwerge mit ihrer Arbeit angefangen. Überall hört man sie hämmern und in unbegreiflich kurzer Zeit haben sie tausend Goldfäden fertig geschmiedet. Nun murmeln sie Beschwörungen und Zauberformeln. Deine Frau braucht sich das Goldhaar nur auf den Kopf zu setzen, versichern sie Loki. Schon wird es festsitzen und weiter wachsen. Aber Loki ist noch nicht zufrieden. In seinem Übermut bittet er die Zwerge noch um ein paar andere Gefälligkeiten. So flink, wie ihr seid, wird euch das sicher nicht viel Mühe machen. Die Sache ist nämlich so, ich möchte nicht gern ohne ein paar Geschenke nach Asgard zurückkehren. Wisst ihr nicht ein oder zwei andere Kunststücke, mit denen ihr euch bei den Göttern einschmeicheln könnt? Gutmütig, wie sie sind, machen sich die Zwerge von neuem ans Werk. Zuerst schmieden sie einen Speer, der Gügner heißt. Das ist keine gewöhnliche Waffe, denn diesen Speer kann kein Schild und keine Mauer aufhalten und er trifft immer mitten ins Ziel. Habt ihr nicht eine Idee für die Seefahrt, fragt Loki, der Nimmersatt. Warum nicht, sagen die Zwerge, und sie bauen ein Schiff, das nicht nur auf dem Wasser, sondern auch auf dem Land fahren kann. Außerdem ist es so beschaffen, dass es immer Rückenwind hat. Es heißt Skidbladner und obwohl es groß genug ist, um alle Asen samt ihren Waffen zu tragen, kann man es, wenn man es nicht mehr braucht, wie ein Tuch zusammenfalten und in die Tasche stecken. Wunderbar, sagt Loki, das wird ein Aufsehen machen in Asgard. Vielen Dank für eure Hilfe. Und schon ist er auf dem Heimweg. Ein paar Höhlen weiter kommt er an einer anderen Werkstatt vorbei und hört, wie dort zwei Zwerge klopfen und hämmern. Brokk und Sinder sind Brüder und unter den Schmieden sind sie für ihre Kunst berühmt. Was gilt es? Ich versuche bei denen noch einmal mein Glück, denkt Loki, tritt ein und zeigt den beiden seine Kostbarkeiten. So etwas Feines habt ihr gewiss noch nie gesehen. Schaut nur, was eure Vettern da zustande gebracht haben. Da können Zwerge wie ihr nie und nimmer mithalten. Darauf will ich meinen Kopf wetten. So, rufen die beiden Brüder wie aus einem Mund? Da kennst du uns aber schlecht. Was die können, können wir auch. Sie tuscheln miteinander und verschwinden in der Schmiede. Loki muss draußen warten. Sollen wir die Wette eingehen, fragt Brokk. Dieser Loki ist doch nur ein Windbeutel, eine Pest und eine Plage. Das mag schon sein, aber dass wir schlechtere Schmiede sind als unsere Vettern, das können wir nicht auf uns sitzen lassen, meint Sinder. Und was haben wir schon zu verlieren? Also gut, sagt Brokk, meinetwegen, machen wir uns an die Arbeit. Vor der Schmiede sitzt Loki und lauscht ihrer Unterhaltung. Ich bin gespannt, was ihnen einfallen wird, denkt er. Am besten ist es, ich behalte sie im Auge, damit sie keinen Unsinn treiben. Und er verwandelt sich in eine winzige Mücke, fliegt in die dunkle Schmiede und setzt sich an die Wand. Er sieht, wie Sinder Gold in kleine Stücke schneidet, sie in die Esse legt und eine große Schweinehaut darüber wirft. Ich muss ein wenig Luft schnappen, sagt er. Du, Brokk, pass so lange auf den Blasebalg auf, damit das Feuer nicht ausgeht. Kaum ist Brokk allein, da setzt sich eine Mücke auf seinen Arm und kitzelt und sticht ihn. Verfluchtes Biest, ruft er. Aber stören lässt er sich nicht, und als sein Bruder wiederkommt, holen sie ihr Werk aus der Esse. Siehe da, es ist ein großes Schwein geworden, ein Eber mit Borsten aus reinem Gold. Als nächstes schmiedet Sinder einen starken, goldenen Armring. Damit auch die Frauen etwas Schönes haben, sagt er. Doch das dritte und letzte Meisterstück macht er nicht aus Gold, sondern aus Eisen. Das ist eine schwere Arbeit. Lange muss Sinder hämmern, bis er den Klotz in die Esse werfen kann. Bei dieser Hitze schwitzt man sich das Fleisch von den Knochen. Ich muss hinaus an die frische Luft. Hüte mir so lange den Blasebalg, bittet er den Bruder. Aber pass gut auf. Wenn du auch nur einen Augenblick lang aussetzt, ist die ganze Arbeit umsonst. Schon ist die aufdringliche Mücke wieder zur Stelle. Diesmal setzt sie sich genau zwischen Brocks Augen. Als sie zusticht, tut es so weh, dass der Zwerg einen Augenblick lang den Blasebalg fahren lässt, um sie zu verscheuchen. Ausgerechnet jetzt kommt Sinder wieder. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst aufpassen, ruft er ärgerlich. Vorsichtig nimmt er das Werkstück aus der Esse. Das war aber knapp, murmelt er. Um ein Haar hätten wir es zum alten Eisen werfen können. Aber zum Glück hat es nur den Schaft getroffen. Er ist ein bisschen zu kurz geraten. Doch ansonsten ist es ein Hammer, der nicht seinesgleichen hat. Ach, ihr seid schon fertig, sagt Loki mit seiner besten Unschuldsmiene, als Brock und Sinder aus der Schmiede kommen. Das ist aber schnell gegangen. Er grinst, während Sinder ganz erschöpft ist. Das ist aber ein schönes Hämmerchen. So und jetzt verschwindest du, sagt Sinder. Und du, Brock, nimmst den Hammer, den Ring und den Eber mit und folgst ihm nach Asgard. Die Götter sollen entscheiden, wer die Wette gewonnen hat, und ich bin sicher, dass sie diesen Kerl um einen Kopf kürzer machen. Schon von Weitem sieht Heimdall der Wächter Loki kommen. Thor kann es kaum erwarten, ihn dafür zu strafen, was er Siv angetan hat, und er ruft die Götter zusammen. Odin nimmt auf seinem Thron Platz und als Loki mit heiterster Miene auftaucht mit dem Zwerg im Gefolge, ist die Stimmung eisig. Ihr werdet staunen über die großartigen Geschenke, die ich mitbringe, prahlt er. Sechs Wunderdinge, die ich den Zwergen abgehandelt habe, für viele gute Worte. Weh dir, Bull, Thor, wenn kein goldenes Haar dabei ist. Und Brock murmelt, rede nur, solange du noch eine Zunge hast, alter Lügner. Den Asen erklärt er mit gerunzelter Stirn die Wette, die er und Sinder mit Loki abgeschlossen haben. Es geht um seinen Kopf, ruft er. Aber wer soll entscheiden, ob die Zwerge recht behalten? Die Götter beschließen, dass Odin, Thor und Frey das letzte Wort in dieser Sache haben sollen. Aber zuvor zeigt Loki, was er sonst noch alles mitgebracht hat. Er will Gutwetter bei den Richtern machen und tatsächlich macht seine Beute großen Eindruck. Die Asen bewundern Gügne, den Speer, der nie sein Ziel verfehlt. Loki überreicht ihn Odin, der sich begeistert zeigt. Das wunderbare Schiff, Skidbladner, schenkt er frei und schon ist der zweite Richter hoch erfreut. Nur Thor blickt immer noch drohend in die Runde. Da zieht Loki das Goldhaar aus der Tasche und überreicht es Sif. Kaum hat sie es sich auf den Kopf gesetzt, ist es schon angewachsen und Thor muss gestehen, dass sie nie schöner ausgesehen hat. Und jetzt zu eurer Wette, spricht Odin. Brock tritt vor und zeigt den Asen seinen goldenen Ring. Er heißt Draupne, erklärt er, aber ihr ahnt gar nicht, wie wertvoll er ist, denn über Nacht tropfen aus diesem Ring acht genauso große Ringe hervor. Dies ist ein Geschenk meines Bruders für Odin. Dann zeigt er den goldenen Eber vor. Er heißt Gullborste und ist schneller als das schnellste Pferd, erklärt er. Er kann durch die Luft und auf dem Wasser laufen und wo er hinrennt, da wird es nie dunkel, so hell schimmern seine Borsten. Das, frei, ist unser Geschenk für dich. Endlich holt er den Hammer hervor, den Sinder geschmiedet hat. Der ist für dich, Thor. Er ist härter als Diamant und wohin du ihn auch wirfst, er wird immer zu dir zurückkehren. Sieh nur. Und er schleudert den Hammer weit fort und fängt ihn wieder auf. Jetzt ist Thor glücklich über sein neues Spielzeug. Oh, das ist noch nicht alles, setzt Brock hinzu. Wenn du es wünschst, kannst du den Hammer auch verstecken. Du brauchst ihn nur in deiner Hand verschwinden zu lassen. So. Er macht es vor. Thor kann es nicht erwarten, diese neue, mächtige Waffe auszuprobieren. Hat er auch einen Namen, fragt Odin. Der Hammer heißt Mjölner, sagt Brock und verneigt sich vor dem Götterkönig. Welches von diesen Geschenken ist das Allerschönste? Die Wahl fällt den Asen schwer. Loki hat es mit der Angst bekommen und mischt sich ein. Der Hammer ist es auf keinen Fall, behauptet er. Schaut euch nur den Schaft an, der ist doch viel zu kurz. Doch Odin, Thor und Frey sind anderer Meinung. Sie wissen, dass Mjölner der beste Schutz vor Angreifern ist, den sich die Asen wünschen können. Brocks Geschenk ist unübertroffen, urteilen sie. Du, Loki, hast deine Wette verloren. Das kostet dich deinen Kopf, sagt der Zwerg und zieht sein Schwert. Aber mein Lieber, wendet Loki ein, was hast du denn davon, wenn du mich umbringst? Mit einem toten Kopf kannst du doch nichts anfangen. Willst du nicht lieber einen Haufen Gold haben? Ich zahle dir Kopfgeld, so viel du willst. Gold haben wir selber, sagt Brock. Da versucht Loki, sich aus dem Staub zu machen, doch Thor ist auf der Hut und fängt den Übeltäter ein. Also gut, ruft Loki, wenn es sein muss, dann nimm eben meinen Kopf. Nur den Hals und den Nacken darfst du nicht antasten, denn so haben wir nicht gewettet. Die Asen lachen. Wieder einmal hat Loki es fertiggebracht, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Nur Brock ist wütend. Verdammt sei deine Lügenzunge, schimpft er und im Nu hat er seinen Pfriem und einen Lederriemen aus der Tasche gezogen und näht damit dem verblüfften Loki die Lippen zusammen. Das ist fast so schlimm für ihn, als hätte ihn seine Wette Kopf und Kragen gekostet, denn ohne sein loses Maul ist er verloren. Die Götter machen sich lustig über ihn und Loki läuft wütend nach Hause. Was ist denn mit dir los? fragt seine Frau Sigyn. Aber er bringt nur ein unverständliches Stöhnen hervor. Sie ruft ihre beiden Söhne herbei und gemeinsam ziehen sie den Riemen aus seinen Lippen. Das tut allerdings weh. Eine Schande, wie sie dich zugerichtet haben, schimpft Sigyn. Wo du doch so klug und so tüchtig bist. Eigentlich bist du der Gescheiteste unter den Asen. Nicht einmal Odin kann dir das Wasser reichen. Wohl wahr, brummt Loki und tupft sich das Blut von den Lippen. Aber meine Zeit kommt noch und dann werde ich es ihnen heimzahlen. Lange Zeit hat der Frieden zwischen Asen und Warnen gehalten, aber eines Tages geht er zu Ende. Etwas Großes, Blutiges wird über die Mauer nach Asgard hereingeworfen. Es ist ein Kopf, der über die große Wiese rollt, Mimes Kopf. Die Warnen haben ihn abgeschlagen und niemand weiß, warum. Vielleicht, weil er ein alter Freund Odins war? Der König der Asen hebt ihn auf und reibt ihn mit einer Salbe aus Kräutern ein. Er kennt auch die richtigen Beschwörungsformeln, denn mit der Zeit ist Odin ein Meister der Zauberkünste geworden. Und tatsächlich, das Wunder geschieht. Der Kopf wird wieder lebendig. Mimes schlägt die Augen auf, er macht den Mund auf und fängt an zu reden. Was ist passiert? fragt Odin. Es sieht übel aus, antwortet Mimes Kopf. Die Warnen finden, dass sie einen schlechten Handel gemacht haben, als sie Njord frei und freier gegen Hune und mich ausgetauscht haben. Aber dieser Tausch war doch das Unterpfand des Friedens. Außerdem haben die Warnen selber den Hune zu ihrem Häuptling gewählt. Worüber beklagen sie sich? Ja, spricht Mimes Kopf, das ist es eben. Diese Wahl haben sie oft bereut. Anfangs ging alles gut und sie waren froh, dass der Krieg vorbei war. Na also! Und was Hune betrifft, so ist er stark und hoch gewachsen, ein echter Häuptling. Ja, er sieht gut aus, das kann niemand bestreiten, aber das ist auch alles, was für ihn spricht. Breite Schultern und schmale Hüften. Nur um ordentlich zu regieren, braucht es auch ein wenig Verstand und daran fehlt es ihm. Er hatte doch dich als Ratgeber, Mime, sagt Odin. Da konnte er kaum etwas falsch machen. Gewiss, antwortet der Kopf, aber wie sollte ich denn Tag und Nacht aufpassen, dass er keine Dummheiten macht? Solange ich dabei war, ist alles gut gegangen, aber kaum ließ ich ihn aus den Augen, da wusste er nicht, was er machen sollte. Das müsst ihr selber entscheiden, sagte er, wie soll ich das wissen? Und dabei bildete er sich noch Wunderwas ein. Du musst wissen, dass er ziemlich größenwahnsinnig geworden ist. Er wäre es, behauptet er, der mit dir zusammen die Welt erschaffen hat. Auch den Menschen hat er angeblich die Seele eingehaucht. Dummes Gerede, sagte Odin. Ja, das fanden die Warnen auch und eines Tages hatten sie es satt, ihm zu folgen. Aber warum haben sie dann dich umgebracht und nicht ihn, fragt Odin. Ich glaube, sie wollten der Welt zeigen, was für ein Dummkopf dieser Hune ist. Ohne mich bringt er nichts zustande und macht sich zum Gespött von ganz Warnheim. Das geht zu weit, ruft Odin erbost. Nicht nur lachen sie Hune aus, der immerhin einer der unseren ist, sie vergreifen sich auch noch an dir, meinem alten Freund. Ja, antwortet der Kopf ruhig. Es reut sie, dass sie Frieden mit den Asen geschlossen haben. Sie glauben, dass sie besser und klüger sind als ihr. Wenn sie Krieg haben wollen, sollen sie Krieg haben, sagt Odin. Und diesmal werden wir bis zum Ende kämpfen. Die Asen rüsten ein mächtiges Heer. Odin teilt seine Truppen in zwei Teile. Die größte Schar, angeführt von Tyr, zieht auf dem Landweg gen Warnheim. Tyr ist nicht der stärkste unter den Asen, aber keiner ist kühner und unverfrorener. Odin selbst steht an der Spitze der zweiten Truppe. Er wählt den Seeweg. Von Frey leitet er sich das Zauberschiff, das ihm die Zwerge geschenkt haben und das auf dem Land so gut wie auf dem Wasser fährt. Frey und Njord, die von den Warnen abstammen, erlaubt Odin nicht mit ins Feld zu ziehen, damit sie nicht gegen ihre Verwandtschaft kämpfen müssen. Sie bleiben in Asgard, um die Burg im Notfall zu verteidigen. Der zweite Krieg wird härter als der erste, aber diesmal haben die Asen bessere Waffen und auch in der Zauberkunst sind sie den Warnen ebenbürtig geworden. Der Gegner merkt, dass er der Übermacht der Asen nicht gewachsen ist und zieht sich nach Warnheim zurück. Immer wieder greifen die Asen die belagerte Festung an, aber die Mauern halten Stand, bis endlich dunkle Wolken aufziehen und ein seltsames Dröhnen die Luft erfüllt. Die Asen haben noch eine unangenehme Überraschung für ihre Feinde bereitgehalten. Ein Fuhrwerk, von zwei Böcken gezogen, rollt donnernd über den Himmel. Sein Lenker ist Thor, der, mit Eisenhandschuhen angetan, Blitze in die Festung schleudert. Mit der einen Hand treibt er die Zauberböcke an, in der anderen schwingt er Mjölner, seinen Hammer. Bald fällt die Festung und die Warnen ergeben sich. Hune besiegelt den Frieden und kehrt zu den Asen zurück. Aber diesmal endet der Krieg nicht wie beim ersten Mal. Diesmal sind die Warnen endgültig besiegt. Odin hat keine Lust, ihnen eine dritte Chance zu geben. Er ist schon lange zu dem Schluss gekommen, dass die Welt nicht Platz für zwei Göttersippen hat. Es muss ein Ende haben mit Eifersucht und Rangelei. Aber muss man deshalb alle Warnen umbringen? Nicht unbedingt. Alle, die Odins Herrschaft anerkennen, sollen am Leben bleiben. Odin ist sogar bereit, sie in Asgard aufzunehmen. Er lässt ein großes Gefäß aufstellen und versammelt alle Überlebenden, Asen wie Warnen, um diesen Napf. Jeder muss in das Gefäß spucken, als Zeichen dafür, dass er sich vor Odin beugt. Wer sich weigert, muss sterben. Und so geschieht es. Aus dem Speichel der Götter erschafft Odin eine lebendige Gestalt, einen Mann, den er Quasier nennt, und gibt ihm eine Zunge. Geh zu den Menschen, sagt Odin. Erzähle ihnen von unserem Sieg und lehre sie Weisheit. Weil du aus Götterspucke erschaffen bist, wirst du so klug sein, dass niemand dich etwas fragen kann, ohne dass du die Antwort weißt. Nun wird auf Asgard ein großes Fest ausgerichtet. Die Asen haben allen Grund zu feiern, nur Odin findet keine Ruhe. Es gibt etwas, was er mit sich allein abmachen muss. Deswegen verlässt er heimlich den Festsaal und reitet nach Jotumhain zu den Riesen. Unter seinem Mantel trägt er Mimes Kopf. Er sucht die Quelle auf, an der sich die beiden vor langer Zeit zum ersten Mal begegnet sind. Behutsam bettet er den Kopf auf das Moos am Brunnenrand. Ich werde einen langen Schlaf tun, flüstert Mimes Kopf. Doch wenn einer kommt, um aus dieser Quelle zu trinken, werde ich erwachen und ihn verjagen, denn dieses Wasser gehört uns beiden allein. So war es und so soll es bleiben. Ich werde wiederkommen, sagt Odin. So oft du willst, antwortet der Kopf. Tod oder lebendig, ich werde immer dein Freund und Ratgeber bleiben. So nimmt Odin Abschied von Mime und reitet langsam nach Asgard. Er ist kein junger Gott mehr. In seinem Bart zeigen sich schon die ersten grauen Haare. Gewiß, er ist Odin, der Einäugige, Herr über alles, was schwimmt, kriecht und fliegt. Und trotzdem liegt ihm die Ratlosigkeit im Blut. Nach wie vor gibt es viele Entdeckungen zu machen und viele Rätsel, die es noch zu lösen gilt. An diesem Abend feiern die Asen ein Fest, um Odin willkommen zu heißen. Es wird gesungen und getanzt. Jeder möchte eine neue Geschichte erzählen und mit seinen Taten prahlen. Einer übertrifft dabei den anderen, doch als Loki das Wort ergreift, wird es still im Saal. Denn er weiß, von einer Trollfrau zu berichten, mit der er sich den ganzen Frühling über herumgetrieben hat. Drei Kinder hat sie ihm geboren. Das erste Kind ist ein Wolf, erzählt er, das zweite eine Schlange und das dritte ein Mädchen. Sie ist weiß auf der rechten und blau-schwarz auf der linken Seite. Alle haben das Gefühl, dass dies ein böses Zeichen ist. Sogar Lokis Frau Sigyn, die sich alles von ihm gefallen lässt, wird es dabei ängstlich zumute. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, sagt sie. Aber Loki lacht nur, wer von uns hat sich wohl noch nie mit den Trollfrauen eingelassen, fragt er. Wer hat keine Kinder in Jotunheim? Aber mit seinen Späßen kann er die beklommene Stimmung nicht vertreiben. Odin verlangt, dass er seine drei Kinder nach Asgard bringt, damit die Asen sehen können, was es mit ihnen auf sich hat. Noch in derselben Nacht reitet eine bewaffnete Schar von Asen über die Regenbogenbrücke gen Osten. Thor und Tür sind mit von der Partie und Loki weist ihnen den Weg. Die Asen wissen ganz genau, dass die Trolle ihnen drei Kinder Lokis nicht aus freien Stücken überlassen werden. Also gehen sie gleich zum Angriff über. Die Riesen verteidigen sich so gut sie können, aber gegen Thors Hammer kommen sie nicht auf. Bald haben die Asen die Kinder in ihre Gewalt gebracht und schleppen sie mit nach Asgard. Es sind sehr sonderbare Spreuslinge. Weder Riesen- noch Menschengestalt ist ihnen anzusehen. Fenris, der Wolfswelpe, ist für sein Alter entsetzlich groß. Seine Kiefern gleichen starken Eisenscheren und seine Augen erinnern an tückische Moorlöcher. Die Schlange ist ein unheimliches, giftsprühendes Reptil. Und was das Mädchen Hehl angeht, niemand hat je ein Kind mit so kaltem Gesicht und so gierigen Augen gesehen. Sind sie nicht erstaunlich, meine Kinder, fragt Loki und lacht triumphierend. Aber die Asen wollen seine Brut am liebsten gleich umbringen. Deine Bankerten sind eine Schande für Asgard, sagen sie, und wer weiß, ob sie uns nicht verderben bringen. Doch Odin erinnert sie an ein altes Versprechen. Habt ihr nicht alle gelobt, dass Asgard eine heilige Freistaat sein soll? Dieses Gesetz gilt für alle, die zu uns kommen, ob wir sie mögen oder nicht. Es muss doch Wege geben, diese drei Ungeheuer loszuwerden, murmeln die Asen. Odin beschließt, die Nornen um Rat zu fragen. Und was sagt Urd? Mächtigere Feinde als diese haben sich nie in Asgards Mauern eingenistet. Eines Tages werden sie sich an die Spitze aller Mächte der Finsternis stellen. Ich sehe Blut, sagt Verdande, die zweite der Nornen. Das ihrige oder das meine, fragt Odin. Darauf wollen die Seherinnen nicht antworten, doch Odin ist hartnäckig und wiederholt seine Frage. Da sagt Skult, die dritte, der Fenriswolf wird dich eines Tages verschlingen. Und schlägt die Augen nieder. Odin ballt die Fäuste. Und was ist, wenn ich ihn jetzt gleich umbringe, sobald er noch ein Welpe ist? Niemand kann sein Schicksal ändern, flüstern die Nornen, und mehr bekommt Odin nicht aus ihnen heraus. Als er nach Asgard zurückkehrt, ist er so klug wie zuvor. Er weiß, dass die Nornen das Leben als ein großes Gewebe betrachten. Die Schicksalsfäden aller Geschöpfe sind mit denen aller anderen verflochten. Odin hat großen Respekt vor allem, was sie sagen. Nie würde er ihrem Rat offen zuwiderhandeln, denn er hat gelernt, mit allem, was er nicht versteht, vorsichtig umzugehen. Doch zugleich hat er die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sein Wille etwas ändern kann. Er glaubt, dass es immer einen Ausweg gibt. Deshalb schickt er Hehl weit weg in die Verbannung, nach Niffelheim, in den hohen Norden, wo es immer dunkel, kalt und neblig ist. Dort wird sie über das Reich der Toten herrschen. Die Schlange schleudert er weit ins tiefe Weltmeer hinaus. Nur das Wolfskind soll in Asgard bleiben, damit die Asen ein Auge auf das Untier haben können. Sie lassen den Fenris wie einen wilden Hund frei in der Götterburg herumlaufen, obwohl er so gefährlich ist, dass selbst sein Vater Loki sich nicht in seine Nähe wagt. Der Einzige, der kühn genug ist, den Fenris zu füttern, ist Tyr. Frigga, Odins Frau, gefällt das nicht. Warum schickst du ihn nicht ans Ende der Welt, wo er keinen Schaden stiften kann, fragt sie ihn. Odin hat ihr erzählt, was die Nornen ihm anvertraut haben. Nun schüttelt er den Kopf und antwortet ihr, wenn dieser Wolf ein Teil meines Schicksals ist, dann nützt es nichts, ihn fernzuhalten. Lieber habe ich ihn in der Nähe, dann sehe ich, was er tut und lässt. Odin weiß, dass auch die Götter nicht ewig leben. Doch anders als die gewöhnlichen Sterblichen wissen sie, was sie tun können, um jung zu bleiben. Sie halten sich an Iduna. Diese Göttin besitzt einen Schrein, der den wertvollsten aller Schätze birgt, die in Asgard zu finden sind. Das sind ihre Zauberäpfel. Wer davon einen Bissen nimmt, der wird im Nu viele Jahre jünger. Ohne Idunas Äpfel wären die Asen längst ergraut, denn sie haben ja viel länger gelebt als alle anderen Wesen auf der Welt. Aber was wird geschehen, wenn eines Tages alle ihre Äpfel verzehrt sind? Leider hat Iduna vergessen, wo sie diesen Schatz her hat. Sie findet den Weg zu dem Baum, der diese Früchte trägt, nicht wieder. Deshalb sind die Asen sehr vorsichtig geworden. Sie beißen immer nur ein winziges Stückchen von den Äpfeln ab. Auch Odin geht sparsam mit ihnen um. Er muss oft an den Tod denken, weil er weiß, wie leicht er durch einen Speer oder eine Axt umkommen kann oder durch die scharfen Fänge eines Raubtiers. Wie oft hat er mit ansehen müssen, dass einer der Götter gestorben ist, sei es im Kampf oder durch ein Unglück? Mächtig sind sie, die Asen. Aber alles hat seine Grenzen. Freier zum Beispiel herrscht über die Liebe bei den Göttern und bei den Menschen. Und dennoch hat Odin erlebt, wie sie verzweifelt die Hände rang und Tränen schieren Goldes weinte, als ihr erster Mann sie verraten und verlassen hat. Anderen kann sie helfen, aber sie selber bleibt nicht vom Kummer der Liebe verschont. Allmächtig ist niemand. Das weiß Odin, auch wenn er sich nicht damit abfinden kann. Jedes Mal, wenn ihn dieser Gedanke streift, ist ihm, als tanze er auf glühenden Eisen. Er möchte alles verstehen und alles können. Das ist seine Stärke, aber auch sein Fluch. Der Winter zieht sich hin. Draußen auf der großen Wiese streift der Fenris-Wolf unter den Schneewehen umher. Jeden Tag wird er stärker und gefährlicher. Was kann denn ein Vater dafür, dass er so schreckliche Kinder bekommt, sagt Loki und zuckt die Schultern. Odin behält den Wolf wohl im Auge, doch lieber betrachtet er den großen Weltenbaum, Yggdrasil, der immer grün bleibt, Sommers und Winters. Kein Sturm kann ihn umwerfen, kein Frostwind ihm die Blätter von den Zweigen raufen. Tag und Nacht grübelt Odin über das, was Mime ihm einst ins Ohr geflüstert hat. Wer die Welt verstehen will, muss Yggdrasil verstehen. Was bedeutet es eigentlich, zu leben? Was bedeutet es, zu sterben? Das möchte Odin wissen. Eines Morgens, nach dem Aufstehen, bietet sich den Asen ein furchtbares Schauspiel. Der Göttervater hat sich einen Speer in die Rippen gestoßen und ist hoch in die Äste Yggdrasils geklettert. Dort hängt er jetzt in einer Gabel wie an einem Galgen. Freier läuft hin und will ihn herunterholen. Lass mich in Ruhe, ruft Odin. Ich will mit keinem von euch reden und ich brauche weder Essen noch Trinken. So hängt er dort oben, mehr tot als lebendig, neun Tage und neun Nächte lang. Die Schmerzen machen ihn blind für alles, was um ihn herum vorgeht. Er sieht alles nur durch einen roten Nebel. Doch in der Ferne, jenseits des Leidens, schimmern andere Orte und andere Welten auf. Er ist an die Grenzen der Wirklichkeit gelangt. Hin und her pendelt er in der großen Esche zwischen Leben und Tod. Keiner hat sich so nach Weisheit gesehnt wie Odin. Von den Lebenden kann er nichts mehr lernen. Jetzt sucht er Hilfe bei den Toten. Sie suchen ihn heim, Bekannte und Unbekannte, jene, die erst vor kurzem aus dem Leben geschieden und andere, die vor langer, langer Zeit fortgegangen sind. Er begegnet seinen eigenen Eltern, den Riesen, die am Leben waren, bevor die Welt geschaffen wurde. Odin ruft sie, er fragt, er spricht mit ihnen und die Alten antworten ihm. Er erfährt, dass alles einen Namen hat und dass alle diese Namen etwas zu bedeuten haben für den, der sich Zeit nimmt, ihnen nachzuhorchen. Er lernt, Runen zu ritzen, geheimnisvoll und mächtige Zeichen in Holz und Stein zu schneiden. Auch 18 starke Zauberlieder erlernt er, mit denen er jedes Feuer löschen und alle Bande und Ketten sprengen kann. Er kann den Sturm fesseln und das Meer bändigen, bösen Hexen Sinn und Verstand rauben. Er kann die Waffen der Feinde stumpf machen und den fliegenden Pfeil in der Luft anhalten. Die Zauberlieder können ihm in der Liebe helfen und ihn gegen Sorgen und Krankheiten feiern. Als er heruntersteigt vom Baum Yggdrasil, ist er zum wahrhaften Allvater geworden, zum mächtigsten von allen, zum König der Toten und der Lebendigen. Und dennoch fühlt er, dass dies alles nicht genug ist, dass es kein Genug geben kann. Denn seine Rastlosigkeit ist ihm geblieben. Er weiß, dass er sich niemals ruhig und sicher fühlen wird. Doch darüber wird er schweigen. Unterdessen ist der Fenriswolf so groß geworden, dass es gefährlich wäre, ihn frei herumlaufen zu lassen. Auch hat er gelernt zu sprechen. Jetzt lacht er die Götter aus. Weil die Asen es fast nicht mehr wagen, ohne Wachen und unbewaffnet aus dem Haus zu gehen, verhöhnt er sie. Zweimal haben die Asen gewaltige Ketten geschmiedet. Beim ersten Mal haben sie so getan, als wollten sie nur die Kräfte des Ungeheuers auf die Probe stellen. Der Fenris ließ sich festketten, ohne sich zu sträuben. Aber kaum war er gefesselt, da brach er seine Ketten in zwei. Beim zweiten Versuch schmiedeten sie eine viel stärkere Kette. Wenn du sie sprengst, wirst du in der ganzen Welt berühmt werden, sagten sie, um ihm zu schmeicheln, und so ließ er es sich gefallen, dass sie ihn an Haupt und Gliedern fesselten. Doch dann stemmte er sich mit seinen Pranken gegen den Boden und riss sich los, sodass die schweren Eisenglieder durch die Luft wirbelten. Da ist Guderath teuer. In ganz Asgard gibt es keinen, der eine noch stärkere Kette schmieden könnte. Und dabei ist der Wolf noch gar nicht ausgewachsen. Die Asen sehen nur einen Ausweg. Sie müssen noch einmal Hilfe bei den Unterirdischen suchen. So schickt Odin einen von Freias Dienern zu den Zwergen. Damit es rascher geht, leiht ihm frei seinen Ebergullborste, der schneller ist als jedes Pferd. Er läuft auch auf dem Wasser und durch die Lüfte und seine Borsten glänzen so hell, dass es um ihn herum nie dunkel wird. Die Zwerge freuen sich über Odins Geschenke und über die Zeichen seiner Freundschaft. Wir helfen euch gerne, sagen sie, und fangen sogleich an, eine ganz besondere Kette zu schmieden. Sie besteht aus den Wurzeln der Berge, den Sehnen der Bären, dem Speichel der Vögel, dem Atem der Fische, dem Bart der Frauen und dem Lärm der Katzenpfoten. Diese Kette ist glatt und weich wie ein Seidenband. Seit diesen Tagen tragen die Frauen keinen Bart mehr, die Berge haben keine Wurzeln und die Katzen kommen lautlos daher. Die Asen sind von dem Werk der Zwerge sehr angetan. Sie locken den Wolf zu einer Insel im See und zeigen ihm die Kette. Sie ist stärker, als sie aussieht, sagen sie. Wir haben versucht, sie mit den Händen zu zerreißen, aber keiner von uns war stark genug dafür. Das kannst nur du schaffen. Aber der Fenris-Wolf ist misstrauisch und will sich auf keinen Versuch einlassen. So ein dünnes Band, sagt er, das zu sprengen, würde mir kaum viel Ruhm einbringen. Vielleicht steckt doch eine List dahinter, sonst hättet ihr mich wohl nicht hierher gelockt. Aber das lasse ich nicht mit mir machen. Früher warst du nicht so ängstlich, antworteten die Asen. Die stärksten Eisenketten hast du wie Strohhalme zerfetzt, und jetzt schreckst du vor einer solchen Schnur zurück. Übrigens, sollte es dir nicht gelingen, die Kette zu sprengen, so bräuchten wir dich nicht mehr zu fürchten, dann würden wir dich augenblicklich lösen. Da lacht der Wolf. Das soll ich euch glauben, ruft er. Wenn ich mich wirklich nicht von diesem lächerlichen Band befreien könnte, dann wärt ihr sicherlich die Letzten, die mich freiließen. Aber sei's drum. Niemand soll mir nachsagen, dass es mir an Mut fehlt. Nur verlange ich, dass einer von euch eine Hand in mein Maul steckt, als Pfand dafür, dass ihr keinen Hinterhalt mit im Sinn habt. Jetzt stecken die Asen in der Zwickmühle. Sie sehen einander an, und keiner zeigt große Lust, die Hand in den Rachen des Wolfes zu stecken. Odin nicht, und auch Thor nicht. Am Ende aber tritt Tür hervor. Er ist nicht der Stärkste der Asen, aber keiner ist so tollkühn wie er. Er hat sich in vielen Kämpfen bewährt, und er weiß, dass man etwas wagen muss, wenn man siegen will. Er legt die Hand in den Wolfsrachen, und der Fenris lässt sich fesseln. Die Asen lachen, denn je heftiger das Ungeheuer zappelt und stößt, desto strammer schlingt sich das Band um seine Glieder. Er begreift, dass er gefangen ist, und dass die Asen ihn nie wieder befreien werden. Nur Tür lacht nicht, denn der Wolf beißt ihm die Hand ab. Die Asen ziehen das Ende der Kette unter einem großen Felsblock hindurch und vergraben es tief in der Erde. Darüber wälzen sie einen noch größeren Stein. Der Fenris-Wolf knurrt und schnappt wild um sich. Thor tritt hervor und stößt sein Schwert in den Schlund des Untiers, sodass der Griff gegen den unteren, die Spitze aber gegen den oberen Gaumen stößt. Gegen diese Maulsperre kann der Wolf nichts ausrichten. Er legt sich nieder, doch heult er furchtbar, und der Schaum tritt ihm aus den Läfzen. Noch einmal sucht Odin die Nornen auf. Habe ich den Kampf gewonnen? fragt er sie. Doch die drei Nornen schütteln den Kopf. Alles geschieht, wie es geschehen muss, antwortet Urt. Wir haben den Wolf doch gebunden, wendet Odin ein. Eines Tages wird er sich befreien, sagt Verdande, und Skuld fügt hinzu, alles ist im Voraus bestimmt. Auf die Namen musst du achten. Jeder Name hat etwas zu bedeuten. Odin weiß nicht, was er mit diesem Rat anfangen soll. Hast du vergessen, dass du unter den Menschen zuweilen Ök genannt wirst, fragt Urt. Und dieser Name bedeutet der Schreckliche, und das Wort Drasil heißt so viel wie Pferd. Wenn du nun diese beiden Namen zusammenlegst, was kommt dabei heraus? Ökdrasil, sagt Verdande, und das bedeutet Odins Pferd. Weißt du noch, wie du dich selbst in die Esche aufgehängt hast? Man kann sagen, dass du auf ihr geritten bist, und der Baum hat nur darauf gewartet, dass du ihm Sinn und Bedeutung verleihst. Doch du hast nichts dergleichen getan. Hört auf, ruft Odin. Ich will nichts davon wissen. Sagt mir lieber, wozu ich da bin, wenn ohnehin alles im Voraus bestimmt ist. Wer bin ich? Könnt ihr mir das sagen? Du bist Odin, flüstern die drei Nornen. Du bist der, der kämpft, der nie aufgibt. Und der, der siegen wird, schreit Odin bleich vor Wut. Doch die Nornen lächeln nur und schweigen. Kaum ist er nach Hause gekommen, da ruft Odin Heimdall zu sich, den Torwächter der Asen, der die Regenbogenbrücke zwischen Midgard und Asgard hütet. Der braucht weniger Schlaf als ein Vogel, und er sieht gleich gut bei Tag und bei Nacht. Er ist sehr stattlich und hochgewachsen, und Zähne hat er aus purem Gold. Wie stark die Mächte der Finsternis sind, sagt Odin. Das weißt du selbst am besten. Von deinem Posten aus siehst du ja täglich, wie die Trolle uns belauern. Heimdall nickt. Und was das Schlimmste ist, sagt er, sie sind zahlreich, wie der Sand am Meer, und sie werden immer mehr. Das ist bei den Asen anders, meint Odin. Wir Asen sind wenige, und wir zeugen nicht so viele Kinder wie sie. Wie soll das nur weitergehen? Eines Tages werden sich die Riesen stark genug fühlen, um über uns herzufallen. Das wird ein böser Tag werden für Midgard und Asgard, antwortet Heimdall. Von den Menschen ist kaum viel Unterstützung zu erwarten. Die meisten von ihnen sind schwach und ängstlich. Umso dringender muss bald etwas geschehen, sagt Odin. Ich möchte, dass du nach Midgard gehst. Nicht alle Menschen sind Duckmäuser. Mit den besten von ihnen müssen die Götter ihr Blut mischen. Leg dich zu ihren Frauen, damit sie Kinder von dir bekommen, so viele wie möglich. Wir brauchen viele starke und mutige Krieger. Das lässt Heimdall sich nicht zweimal sagen. Er geht nach Midgard, um Stammvater einer neuen, stärkeren Menschenverwandtschaft zu werden. Odin befiehlt inzwischen den Bau eines neuen Hauses in Asgard. Es soll ein Gästehaus werden für die Krieger, die Heimdall eines Tages herbeischaffen wird. 640 Türen soll es haben, sagt Odin. Und jede Tür soll so breit sein, dass 960 Männer gleichzeitig durch sie eintreten können. Er verlangt, dass das Dach mit goldenen Schilden weggelegt wird. Auch einen Namen gibt er dem Haus. Es soll Valhall heißen. Während die Asen sich an das große Werk machen, hält Odin sich abseits. Er sitzt ganz allein auf seinem Thron und blickt in die Welt hinaus. Er sieht, dass Lokis scheußliche Tochter Hehl nun wie eine Königin über Leichen und Wurm zerfressene Kadaver herrscht. Er sieht, dass aus dem Schleim, der aus dem Rachen des Fenriswolfes rinnt, ein breiter Strom geworden ist. Er sieht auch, dass das Dritte der Geschwister, die Schlange, so groß geworden ist, dass sie sich um die ganze Welt ringeln und in den eigenen Schwanz beißen kann. Weil sie auf diese Weise ganz Midgard umspannt, nennt man sie jetzt Midgard-Schlange. Alle Welt fürchtet sich vor ihrem Gift. Die ganze Welt ist umzingelt von Bosheit, denkt Odin. Doch in der Ferne sieht er auch Heimdall. Beeil dich, denkt er, und ballt die Fäuste, schaffe uns Krieger herbei, denn wir geben nie auf, nie. Wenn die Zeit zum Essen gekommen ist, sitzt Odin mit den anderen Göttern am Tisch, aber er hat keinen Appetit. Ich brauche nichts, behauptet er. Nur auf den Wein will er nicht verzichten. Auf seinen Schultern sitzen Hugin und Munin, die Raben, und zu seinen Füßen liegen zwei Wölfe, Geri und Freke heißen die beiden. Odin hat sie selber gezähmt, und nun sind sie volksam und wedeln mit dem Schwanz wie Hunde. Odin kann es sich leisten, dem Schicksal ins Gesicht zu lachen, denn ist es ihm nicht geweissagt worden, dass es ein Wolf sein wird, der ihn einst umbringen wird, ihn, den höchsten der Götter? Doch es ist kein frohes Lachen, und die anderen Asen merken, dass seine Mine sich verdüstert, wenn er daran denkt. Unterdessen ist in Asgard allerhand geschehen. Der Frühling ist gekommen und die große Wiese blüht. Eine junge Frau wandert barfuß über das weiche Gras, sinkt vor sich hin und pflückt die ersten Blumen. Es ist Iduna. Ihr Mann ist Brage, der Gott der Dichtkunst. Aber alle in Asgard wissen, dass Iduna es mit der Ehe nicht so genau nimmt. Sie treibt ihre Liebesspiele auch gern mit anderen. Trotzdem wirkt sie immer wie ein unschuldiges kleines Mädchen. Keiner, auch Brage nicht, macht ihr Vorwürfe oder versucht, sie zu ändern. Denn sie besitzt einen kostbaren Schatz, den wertvollsten, den es in Asgard gibt, einen Schrein mit magischen Äpfeln. Wer von ihnen ist, der altert nicht, er bleibt ewig jung. Ohne Idunas Äpfel wären die Asen schon längst zahnlos und altersschwach. Allerdings müssen die magischen Äpfel sorgsam gehütet werden, denn leider ist Iduna vergesslich. Sie kann sich einfach nicht daran erinnern, wo sie sie gepflückt oder gefunden hat. Das sieht ihr ähnlich, denn sie weiß nie, was sie früher getan hat und macht sich keine Gedanken über das, was ihr bevorsteht. Doch noch reichen Idunas Äpfel für alle. Deshalb führen sich die Asen auf, als wären sie jung. Ausgelassen, ja sogar übermütig, sind sie auf Mutproben und gefährliche Abenteuer aus und jederzeit bereit zu einem Flirt oder einer neuen Liebschaft. Sie halten sich an Freier, die Liebesgöttin, die ihnen gerne ihr Ohr leid und ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn es um solche Sehnsüchte geht. Nur sich selbst kann Freier nicht helfen. Jede Nacht weint sie sich in den Schlaf. Sie hat Liebeskummer, weil ihr Mann Oth sie verlassen hat. Sie weiß nicht, wo er ist und vermisst ihn schmerzlich. Es ist schon lange her, dass er sich aus dem Staub gemacht hat, aber sie denkt immer noch an ihn. Wenn sie einen anderen umarmt, schließt sie die Augen und träumt, dass es Oth ist. In diesem Frühjahr ist es noch schlimmer als sonst. Freier weint Tränen aus purem Gold und manchmal vergisst sie sogar, ihre Katzen zu füttern. Die anderen Frauen besuchen sie auf Volkwang, ihrem Sitz und versuchen sie zu trösten. Drei von ihren Freundinnen kennen sich besonders gut in den Künsten der Liebe aus. Die erste kann einen Mann und eine Frau dazu bringen, dass sie sich ineinander verlieben. Die zweite kann Paaren helfen, die ein widriger Umstand daran hindert, sich zu treffen. Aber was nützen Freier ihre Gaben? Verliebt ist sie ja schon und keine feindliche Macht ist daran schuld, dass sich Oth von ihr getrennt hat. Vielleicht kann die dritte etwas für sie tun, die es mit der Treue hält. Sie weiß, was sich alle Liebenden geschworen haben, sie vergisst nichts und sie kann dafür sorgen, dass sich jeder Verrat rächt. Ich werde deinen Mann bestrafen, ruft sie wütend. Er hat sein Gelübde gebrochen. Und was hätte ich davon, dass er bestraft wird und leiden muss, fragt Freier. Ich will ihn doch zurückhaben. Sie ist derart außer sich, dass sie sich die Kleider vom Leib reißt und nackt wie eine läufige Katze miauend, untröstlich unter dem Mond umherirrt, während die Tränen wie ein goldener Regen ihr zu Füßen auf die Erde fallen. Auch Odin kann nicht schlafen. Er denkt über die Liebe nach, über die Macht, die sie nicht nur über die Menschen, auch über die Asen und Trolle hat. Wie ein Sturm fällt sie her über alles, was atmet und lebt. Dass sie die Menschen überwältigt, ist vielleicht nicht so merkwürdig, denn die Menschen sind schwach und ihr Leben ist kurz. Aber Freier, die Liebesgöttin, die schon tausende von Jahren gelebt hat, wie kommt es nur, dass sie dieser Leidenschaft nicht Herr wird? Odin hört sie heulen und rufen und er weiß, dass auch er nicht imstande ist, ihr zu helfen. Seit Iduna verschwunden ist, sind die Asen bekümmert und man sieht es ihnen an, wie steif und morsch sie geworden sind. Die Frauen stehen vor dem Spiegel und zählen ihre Falten und ihre grauen Haare. Endlich reißt Odin die Geduld und er beruft eine Ratssitzung ein. Wo ist Iduna hin? Was ist mit den Äpfeln geschehen? Wer hat etwas gesehen? Weh dem, der mir etwas verschweigt, ruft er. Einer von den kleineren Göttern rückt mit der Sprache heraus. Ich habe einmal Loki mit ihr gesehen, sagt er. Mit ihm zusammen hat sie Asgard verlassen. Nun ist Loki in der Klemme. Zuerst versucht er noch zu leugnen, aber es hilft ihm nichts. Schluss mit deinen Ausflüchten, sagt Odin. Wo hast du sie hingeführt? Das war nicht ich, windet Loki sich. Ein Adler hat sie geraubt. Ich habe versucht, sie zu verteidigen, so gut ich konnte, aber der Adler war stärker und was aus ihr geworden ist, weiß ich nicht. Und warum hast du uns das verschwiegen? Weil ihr immer, wenn etwas Schlimmes passiert, einen Sündenbock braucht und der bin ich. Aber damit geben sich die Asen nicht zufrieden. Jetzt spielt er auch noch den Beleidigten, sagen sie. Das geht zu weit, wir reißen dir Arme und Beine aus, wenn du nicht gestehst und wenn du Iduna nicht nach Asgard zurückbringst, machen wir dich um einen Kopf kürzer. Loki sieht ein, dass ihm nichts anderes übrig bleibt. Ich will sie suchen und wiederbringen. Ich verspreche es, fleht er. Aber dazu brauche ich Freias Falkengestalt. Gut, sagen die Asen, aber sie trauen ihm nicht über den Weg und begleiten ihn nach Volkwang. Die Herren des Hauses ist nicht da. Sie ist immer noch auf der Suche nach ihrem Mann. In der großen Halle liegen ihre verlassenen Katzen herum. Doch ihre beiden Töchter können aushelfen. Sie wissen, wo das Falkenkleid liegt und erlauben Loki, es sich auszuleihen. Sofort verwandelt er sich in einen Falken und fliegt davon. Es ist Waldnacht, Trümheim, aber gegen Abend kommt Loki im Haus des Riesen an. Iduna ist allein, denn Tjadze ist hinaus aufs Meer gefahren, um zu fischen. Loki verzaubert die Göttin in eine Nuss, packt sie mit seinen Klauen und flattert auf und davon. Den Schrein mit den Äpfeln trägt er im Schnabel. Aber es dauert nicht lange, da kehrt Tjadze von seinem Fischzug heim und findet das Haus leer. Er begreift zugleich, was geschehen ist, wirft sich die Adlergestalt über und setzt dem fremden Falken nach. Aber es ist nicht so leicht, Loki einzuholen. Er hat seinen Vorsprung genutzt und ist schon in Sichtweite von Asgard, als der Adler hinter ihm herjagt. Einer der Asen hat die beiden Vögel kommen sehen und die anderen Götter herbeigerufen. Sie wissen, was zu tun ist. Eilig sammeln sie Holzspäne und häufen sie an den Mauern der Festung auf. Kaum ist der Falke sicher in Asgard gelandet, da zünden sie die Späne an. Der Adler kann in seinem Sturzflug nicht ausweichen und stürzt in die Himmelhoch lodernden Flammen. Seine Schwingen fangen Feuer und der große Vogel schlägt mit versenkten Federn vor Asgards großer Pforte auf. Jetzt ist es kein Kunststück mehr, ihn zu ergreifen und ohne zu zögern schlagen ihn die Asen tot. Nun ist Loki wieder ganz der Alte. Stolz wie ein Hahn kräht er. Ich bin doch der Schlaueste von euch allen. Was würdet ihr nur ohne mich anfangen? Aber niemand hat Lust, mit ihm zu zanken, auch Iduna nicht, die sich wie immer an nichts erinnern kann. Außerdem denkt Odin, wer weiß, ob Loki nicht recht hat. Vielleicht geben wir ihm wirklich oft die Schuld, wenn uns wieder einmal etwas Unangenehmes passiert ist. Jedenfalls sind alle in Asgard glücklich, dass Iduna wieder da ist und dass sie alle Tage von ihren Äpfeln naschen können. Eines Tages steht ein altes, buckliges Weib vor Bifrost, der Regenbogenbrücke und begehrt Einlass. Heimdall will sie fortjagen, aber das Weib will nicht weichen. Es fuchtelt wild mit den Armen und deutet mit dem Finger auf die Burg der Götter. Heimdall versteht nicht, was sie will, denn ihre Stimme ist dünn und heiser wie ein Vogelschrei. Die Asen, die oben auf der Mauer stehen, lachen die Frau aus und machen sich über Heimdall lustig, der es nicht fertigbringt, sie zu verscheuchen. Da mischt sich Odin, der den Lärm gehört hat, unter die Zuschauer. Sobald er die alte Frau erblickt, erkennt er, wer sie ist. Er läuft über die Brücke, nimmt sie auf den Rücken und trägt sie hinauf in die Götterbrück. Dort weiß auch der alte Njord, sogleich, wer die Fremde ist, und kaum wittern die Katzen auf Volkwang ihren Geruch, kommen sie gesprungen und schmiegen sich um ihre Beine, denn das alte Weib ist freier, die Liebesgöttin. Viele, viele Jahre ist sie umhergestreift, ohne Idunas Äpfel zu schmecken, und so ist sie alt und grau geworden. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt noch lebt. Allmählich kommt sie wieder zu sich und erholt sich von den vielen Abenteuern, die sie erlebt hat. Unter fremdem Namen hat sie viele Länder durchwandert und manches durchgemacht, von dem sie nichts erzählen will. Nur eines ist klar. Ihren Mann, Od, hat sie vergeblich gesucht. Er ist für immer verschollen. Doch wenn sie sich auch selber Wortkrank gibt, die anderen flüstern und tuscheln. Es ist vor allem der große Halsschmuck, den sie Briesengam nennt, was ihre Neugier weckt. Wie Feuer glüht und flammt er um Freias Hals. Wie immer ist es Loki, der das große Wort führt. Nicht nur, dass ihm kein Gerücht in Asgard entgeht, er lauscht auch auf das Gerede der Riesen und der Unterirdischen. Ach, dieser Briesengam, wisst ihr wirklich nicht, wie sie zu dem gekommen ist? Ich will es euch verraten, flüstert Loki. Vier Zwerge haben ihn geschmiedet. Freia ist auf ihren Wanderungen ganz zufällig auf ihre Schmiede gestoßen und kaum hat sie gesehen, woran sie arbeiten, da war sie schon wie verhext. Das Geschmeide wollte sie haben, koste es, was es wolle. Aber die Zwerge wollten es nicht für gute Worte und auch nicht für Gold und Silber hergeben, denn davon, sagten sie, hätten sie selber genug. Nein, aber wenn sie jedem von ihnen eine Nacht lang Gesellschaft leisten wollte, ja, dann ließe sie sich darüber reden. Und obwohl die Schmiede ziemlich hässlich und am ganzen Leib behaart waren, war unsere Freia so scharf auf den Schmuck, dass sie sich auf den Handel einließ. Vier Nächte lang schlief sie mit den Zwergen, mit einem nach dem anderen, und dann gehörte der Briesengam ihr. Die meisten Asen sind empört über diese Geschichte. Nur Odin weist sie zurecht. Wer wirft hier den ersten Stein, sagt er. Ihr wisst doch so gut wie ich, dass Freia bei weitem nicht die einzige ist, die sich hier und da mit Trollen oder Zwergen eingelassen hat, und du, Loki, bist wahrhaftig der Letzte, der das Recht hätte, über andere herzuziehen. Du tätest gut daran, den Mund zu halten. Trotzdem, viele gehen in dieser Zeit freier aus dem Weg, so schwach und zerzaust, wie sie ist. Nur in Odins Augen wird sie mit jedem Tag schöner und vertrauter. Die beiden sehen sich jetzt öfter als früher. Odin hat das Gefühl, dass sie ihm näher steht als die anderen Asen. Sie hat, wie er, den Wahnsinn im Blut und wird nie müde, nach neuen Ufern zu streben. Immer wenn er sie in Volkwang besucht, merkt er, wie die anderen hinter seinem Rücken tuscheln. Er weiß auch, dass Frigga es nicht gerne sieht, wenn er aushäusig ist. Trotzdem kann er nicht davon lassen. Denn mit Freier versteht er sich. Ihr kann er von seinen Wünschen, seinen Hoffnungen, aber auch von dem erzählen, was er fürchtet und wovor ihm graut. Sie reden über die Liebe und über den Tod, über alle Rätsel dieser Welt. Da gibt es vieles, was schwer zu verstehen ist. Muspelheim und Niflheim zum Beispiel, die beiden Orte, die älter sind als alle anderen und die es schon lange, lange gab, bevor Odin und seine Brüder den Rest der Welt erschufen. Muspelheim mit seinem ewigen Feuer und Niflheim, wo alles nur Eis und Nebel ist. Oder Yggdrasil, den Weltenbaum, der mit seinen drei Wurzeln die ganze Erde zusammenhält, die Teile, die man kennt, ebenso wie die Unbekannten. Aber am meisten beschäftigt die beiden Hehl, die Königin der Toten. Einst haben die Asen sie verbannt in die tiefsten Abgründe des Nordens. Doch dort hat sie sich in der Einöde des Eises eingenistet. Ihre Macht nimmt zu, seitdem sie die Herrschaft über das Totenreich angetreten hat. Alle, die durch Krankheit oder durch das Alter ums Leben kommen, ruft sie zu sich und ihr Ruf trägt bis in die entlegensten Gegenden. Alle müssen dieser Stimme gehorchen. Aus der ganzen Welt kommen sie, wenn sie ruft, durch tiefe und finstere Täler bis an die Ufer des Totenflusses Gjöl. Dort führt eine goldene Brücke hinüber auf die andere Seite, wo hinter einer gewaltigen Pforte alles grau und düster ist. Hehl's Saal heißt Triefnaß, ihr Tisch Durst, ihr Messer Hunger, ihr Lager Sichttum. Neun Orte gibt es in ihrem Reich und einer ist kälter und feuchter als der andere. Von solchen Dingen sprechen Odin und Freya am Kamin, dessen Flammen flackernde Schatten an die Balken werfen, während die Katzen sich schnurrend an ihre Beine schmiegen. Sie malen sich aus, wie gierig diese Hehl ist, was für eine ungeheure Macht sie über die Toten hat, wie groß das Heer von willenlosen Leichen ist, mit dem sie, wenn sie nur wollte und wenn sie es wagte, die Asen bedrohen könnte. Odin reut es, dass er sie damals, als sie noch ein Kind war, nicht umgebracht hat. Aber auch Odin kann die Toten zu sich rufen, wenn er will, denn er denkt daran, ebenfalls ein Totenheer aufzustellen. Eines Tages wandern die beiden über die große Wiese und er erzählt Freya von dem geheimen Auftrag, mit dem er Heimdahl zu den Menschen geschickt hat. Ein neues Menschengeschlecht wird tapfere Krieger für uns hervorbringen, sagt er. Alle, die im Kampf fallen, alle, die durch das Schwert sterben, sollen sich unserer Streitmacht anschließen. Wir werden weniger Kämpfer haben als Hehl, wenn es zum Krieg kommt, aber die unsrigen werden mutiger sein. Er zeigt ihr Valhall, die große Herrenberge, die jetzt bereitsteht, um Heimdahls Söhne aufzunehmen. Auch Hugin und Munin, die beiden Raben, sind wieder da. Sie setzen sich auf Odins Schulter und sagen ihm ihre Botschaften ins Ohr. Er lächelt. Heimdahls Saat ist aufgegangen, sagt er. Nun werden wir ernten. Meine Raben berichten mir, dass die Zeit reif ist. Dann versammelt er die Asen um sich und erklärt ihnen, was geschehen ist und was getan werden muss. Unsere Krieger haben noch viel zu lernen, sagt er. Mit einem von euch will ich die Verantwortung teilen. Alle halten den Atem an. Wen wird er dazu ausersehen? Wer wird ihm zur Seite stehen? Die eine Hälfte des Heeres soll bei mir in Valhall bleiben, entscheidet er. Die andere aber... Viele Blicke richten sich nun auf Tor. Andere schauen sich verstohlen nach Thür und nach Heimdahl um. Die andere aber soll Freier auf Volkwang befehlen. Ein ungläubiges Murmeln geht durch die Reihen. Manchen steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, andere können ihre Verbitterung nicht verbergen. Loki sieht Freier an und lacht. Freier errötet. Doch der Götterkönig hebt die Hand. Ich habe gesprochen, ruft er. Es geschieht, wie ich gesagt habe. Schon am anderen Tag reitet eine Schar junger Frauen hinaus über die Regenbogenbrücke. Sie tragen Helm und Harnisch, Schild und Speer. Ihre Pferde bewegen sich ebenso geschwind auf dem Wasser oder in den Lüften wie auf der Erde. Es sind die Walküren, die aufgebrochen sind, um auf dem Schlachtfeld über Leben und Tod zu entscheiden. Wo immer es zum Kampf kommt, nehmen sie teil und wählen die besten Krieger aus, um Asgard zu verteidigen. Eine neue Zeit hat begonnen, für die Götter ebenso wie für die Menschen. Odin bleibt auf der Brutmauer stehen, bis die letzte Walküre hinter den Wolken verschwunden ist. Freier steht neben ihm. Nie ist sie ihm schöner erschienen. Ganz sonderbare Winde fegen auf einmal über die Welt. Im Winter fällt kein Schnee mehr, der Sommer ist verregnet. Wo sind die Fische im Meer geblieben? Und warum liegt ein gelber Schleim auf den Klippen am Strand? Das Vieh vergisst zu schlafen, Bäume stürzen um oder suchen einer beim anderen Halt. So geht es in Midgard zu und in Jotumheim und sogar die Götter in Asgard bleiben nicht verschont. Die Asen sind beunruhigt. Sie haben sich an Urtsbrunnen versammelt, um Rat zu halten. Aber keiner weiß eine Erklärung für die Unordnung, die über die Welt gekommen ist. Jeden Morgen setzt Odin sich unter den großen Weltenbaum und Hugin und Munin, seine beiden Raben, hüpfen von Zweig zu Zweig. Er fürchtet, dass bald auch das Laub Yggdrasils anfangen könnte zu verwelken. Doch bisher ist die große Esche grün und saftig geblieben. Solange sie ihre Äste über die Welt ausbreitet, gibt es noch Hoffnung auf bessere Zeiten. So lauten die Weissagungen und so steht es in mächtigen Runen geschrieben. Jede Nacht liegt Odin wach und lauscht den Wölfen, die den Mond anheulen. Unter seinen vielen Söhnen ist Baldur der Jüngste. Er ist so schön, dass er beinahe an ein junges Mädchen erinnert, auch ist er von allen der sanfteste und der freundlichste. Breider Blick heißt sein Hof und dort wohnt er mit Nanna, der treuesten aller Frauen und ihrem Sohn Vorsäte. Früher haben manche sich über Baldur lustig gemacht, weil er so vorsichtig ist. Einen Schwächling haben sie ihn genannt, denn für Kampf und Streit hatte er nie viel übrig. Am liebsten wollte er mit allen in Frieden leben. Doch jetzt, da eine graue, hoffnungslose Decke wie ein großer Sauerteig über der Welt liegt, betrachten ihn viele mit neuen Augen. Jetzt heißt es auf einmal, gut, dass wir Baldur haben. Solange er, der unschuldig ist wie ein Kind, unter uns ist, können Gewalt und Bosheit nicht siegen. Es geht ein Leuchten von diesem hellen Gott aus und alle, die in seiner Nähe sind, steckt er mit seiner freundlichen Miene an. Selbst die unverbesserlichen Lügner und Intriganten schweigen, wenn er kommt und schlagen ihre Augen nieder. Auch Odin möchte alles schützen, was auf der Erde lebt, aber er vertraut am ehesten auf sein Schwert und seinen Speer, wenn es darum geht, der Gemeinheit und dem Verrat zu wehren. Ein freundliches Lächeln, denkt er, war noch nie imstande, einen gierigen Feind aufzuhalten. Wenn ihr Frieden haben wollt, brummt er, müsst ihr euch auf den Krieg gefasst machen. Das sagte er allen, die es hören wollen. Aus diesem Grund war Baldur nie ein Sohn nach seinem Geschmack. Doch in der letzten Zeit sehen die Asen den Götterkönig immer öfter nach breiter Blick reiten. Frigga, die immer eine Schwäche für Baldur hatte und ihn stets in Schutz genommen hat, freut sich sehr darüber, dass Odin sich ihm zuwendet. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Nichts ist mehr so, wie es war. Odin fühlt sich bedroht. Überall sieht er das Unheil mit bösen Augen und scharfen Zähnen lauern. Da kann es nicht schaden, auf der Hut zu sein. Vieles versteht Odin, aber manches ist ihm rätselhaft geblieben. Nun will er auch dahinter kommen, wie Baldur denkt. In breiter Blick ist er immer willkommen. In letzter Zeit sitzen Vater und Sohn öfter beieinander und ganze Abende lang gibt ein Wort das andere. Warum ist Baldur immer so bleich und abgespannt? Ist er krank? Es sind die Albträume, die ihn heimsuchen. Er sieht, wie die Berge aufbrechen, als hätten sie offene Wunden. Er sieht brennende Wolken. Er sieht einen Winter, der nie zu Ende geht. Er sieht seinen eigenen Namen mit Blut geschrieben. Mitten in der Nacht wacht er schweißgebadet auf und erstickt einen Schrei mit der Bettdecke. Von den anderen will er sich nichts anmerken lassen, aber endlich wird es ihm zu viel und er muss zugeben, dass er von schlimmen Ahnungen geplagt wird. Die Asen hören es nicht gerne, denn Baldur war immer eine Lichtgestalt in Asgard und wenn sogar er finster dreinblickt, ist das ein schlechtes Zeichen. Auch Frigger ist bekümmert. Sie zieht nach Osten und Westen, Norden und Süden. Keiner soll Baldur etwas antun, dafür will sie sorgen. Jeden Stein wendet sie um und untersucht jede Höhle. Allem, was da kriecht und läuft, fliegt und schwimmt, nimmt sie ein Versprechen ab. Niemand soll Baldur etwas zu Leide tun. Sogar Feuer und Wasser, Bäume und Felsen, Pest und Krankheit müssen ihr hoch und heilig schwören, dass sie ihren Liebling verschonen. Die Asen sind erleichtert und Baldur ist froh. Zwar quälen ihn immer noch böse Träume, aber was sie ankündigen, hört sich wie eine leere Drohung an. Er kann hoffen, dass sie bald verfliegen werden, wie ein Schatten vor der Sonne. Um seine Genesung zu feiern, richten die Götter ein großes Fest aus. Einer von ihnen kommt auf die Idee, das Schicksal auf die Probe zu stellen. Baldur soll als Zielscheibe dafür dienen. Alle werfen Steine auf ihn und beschießen ihn mit Pfeil und Bogen. Doch alle Geschosse prallen von ihm ab. Baldur lacht nur über den Hagel. Er ist unverwundbar. Die Götter jubeln. Nur einer hält sich zurück und stimmt nicht in die Freudenrufe ein. Einer, der die Fäuste ballt und sich davonschleicht. Es ist Loki. Voll Neid und Eifersucht schnaubt er. Warum machen alle so viel Aufhebens wegen Baldur? Alle haben einen Narren an ihm gefressen. Und was ist mit mir? Die Wahrheit ist, dass die beiden sich nie leiden konnten. Aber nun hat Loki wohl den Kopf verloren. Als altes Weib verkleidet, sucht er Frigga auf. Was ist denn mit Baldur geschehen? fragt er sie. Haben sich wirklich alle Dinge auf der Welt verschworen, ihn zu hätscheln? Ja, antwortet Frigga stolz. Loki schlägt die Hände über dem Kopf zusammen vor Verwunderung. Frigga lächelt. Sie ist gut gelaunt, denn dies ist ein großer Tag für sie. Außerdem findet sie das alte Weib, das vor ihr steht, ziemlich komisch. Bist du sicher? fragt Loki mit dünner, pfeifender Stimme und legt den Kopf schräg. Jedes winzige, kleine bisschen soll dir versprochen haben, dass Baldur nichts geschieht? Fast, sagt Frigga. Nur im Westenwallhals, da wächst eine kleine Mistel. Die kam mir so klein und unansehnlich vor, dass es lächerlich gewesen wäre, ihr einen Eid abzufordern. So ein winziges Zweiglein, dachte ich, kann doch keinen Schaden anrichten. Schon macht Loki sich auf den Weg, um die Mistel zu suchen. Er hat Glück und findet sie. Gleich bricht er den Zweig ab und nimmt ihn mit auf die große Wiese, wo die Götter immer noch bei ihrem Schützenfest sind. Einer von den Asen aber steht in der Ecke und nimmt an ihrem Spiel nicht teil. Er heißt Hoth und ist ein Halbbruder Lokis. In den großen Kriegen hat er nie eine Rolle gespielt und auch jetzt hält er sich im Hintergrund. Das hat einen einfachen Grund. Hoth ist blind. Scheinheilig fragt Loki ihn, »Was ist mit dir, mein Freund? Warum machst du nicht mit? Alle schießen auf Baldur und du siehst doch, dass ihm nichts geschieht.« »Du weißt wohl, dass ich blind bin und ihn gar nicht sehen kann,« sagt Hoth. »Oh«, flüstert Loki ihm ins Ohr, »daran soll es nicht fehlen. Ich zeige dir, wie du zielen sollst.« »Ich trage keine Waffe,« antwortet Hoth. »Dann nimm diesen Bogen und die Mistel hier. Alle erweisen Baldur die Ehre, da kannst du nicht beiseite stehen.« »Gern«, ruft der Blinde dankbar und ergreift den Bogen. Loki führt seinen Arm. »Ein bisschen weiter nach rechts, noch ein bisschen so.« Und Hoth ruft, »Schau nur, Baldur, jetzt bin ich auch dabei.« Baldur lacht und streckt ihm seine Arme entgegen. »Jetzt«, flüstert Loki, und Hoth lässt die gespannte Seite los. Der Pfeil trifft Baldur, der einen hellen Schrei ausstößt und zu Boden sinkt. Der Pfeil hat ihn mitten in der Kehle getroffen. Baldur ist tot. Es wird ganz still auf der großen Wiese. Die Asen trauen ihren Augen nicht. Dann erst bricht der Jammer los. Das, was sie um jeden Preis verhindern wollen, jetzt ist es geschehen. Nie hat ein schlimmeres Unglück Götter und Menschen getroffen. Viele umringen Hoth, um Baldur zu rächen. Einige deuten auch auf Loki, aber Odin greift ein. »Haltet ein«, ruft er. »Dies hier ist ein geheiligter Ort. Es ist genug Blut vergossen worden an diesem Tag. Baldur war mein Sohn. Hoth ist mein Sohn. Und Loki ist mein Milchbruder. Es ist sinnlos, Vergeltung zu üben.« Nie sahen ihn die Asen so alt und müde. »Es war alles nur ein Missverständnis,« wimmert Loki und legt den Arm um Hoths Schulter. »Keiner von uns hat das gewollt.« Dann wendet er sich mit harten Worten Frigger zu. »Dir haben wir vertraut. Hast du uns nicht versichert, dass Baldur kein Leid geschehen kann? Wie sollten wir ahnen, dass du so leichtfertig warst und hier einen Strauch und dort einen Zweig auf Baldurs Heil einzuschwören vergessen hast? Es ist deine Schuld, dass es ein böses Ende mit ihm nahm.« Loki hat sich in Hitze geredet und er ist ein Meister darin, die Wörter so zu drehen, wie es ihm passt. Frigger wendet sich schluchzend von ihm ab. »Es ist Schicksal,« murmelt einer. »Was geschehen soll, geschieht,« sagt ein anderer. »Niemand kann sein Schicksal ändern.« »Baldurs Träume hätten uns eine Warnung sein sollen.« »Er ist tot,« weint Nana, seine Frau. »Wir werden ihn nie wiedersehen.« Aber da richtet Frigger sich auf. Der Trotz leuchtet aus ihren Augen. »Nein«, ruft sie, »ich gebe nicht auf. Ich will ihn wiederhaben. Wer von euch, wer von Odins Söhn, will mein Sendbote sein? Wer will meine ewige Dankbarkeit gewinnen und ins Totenreich reiten? Wer von euch spricht mit Baldur? Wer fragt Hel, die Herren über das Totenreich, um welchen Preis sie ihn freigibt, sodass er zu mir nach Asgard heimkehren kann?« Alle schweigen. Sogar Odin zögert und Thor schaut betreten zu Boden. Doch dann tritt Hermut hervor, der sich immer zurückgehalten hat. Man hat wenig von ihm gehört, obwohl auch er einer von Odins Söhnen ist. Denn er ist zwar ein guter Kämpfer und berühmt für seine Reitkunst, doch drängt er sich niemals vor und lässt andere das große Wort führen. Nun aber sagt er, »Ich reite für Baldurs Mutter zu Hel ins Totenreich. Ihr müsst mir nur das beste Pferd geben, das es gibt.« Der Götterkönig nickt. Er befiehlt, dass Sleipnir sein eigenes Pferd gezäumt und gesattelt wird. Hermut steigt auf den achtbeinigen Hengst und sprengt über die Regenbogenbrücke davon. Wie ein Gewitter dröhnt das Echo von Sleipnirs Hufen den Asen in den Ohren, bis es in der Tiefe des Nordens verhallt. Hel empfängt Hermut selbst. Sie ist groß und hager von Gestalt. Die eine Seite ihres Gesichts ist bleich wie Kreide, die andere blau-schwarz wie ein Rabe. Weit hinten im Saal glaubt er, zwei Tote zu erkennen, die dort aufgebahrt sitzen. Es sind Baldur und Nana, seine treue Frau. Hermut sagt nichts von seinem Anliegen. Er bleibt über Nacht und erst am anderen Morgen wendet er sich höflich an Hel, um seine Bitte vorzutragen. »Ich weiß wohl, warum du gekommen bist«, sagt sie. »Und was ist dein Bescheid?« »Die Antwort ist nein.« »Aber bedenke doch, die ganze Welt trauert um Baldur.« Hel runzelt die Stirn. »Meine Aufgabe ist es nicht, der Welt eine Freude zu machen«, antwortet die Herren über das Totenreich. »Was habt ihr nur mit eurem Baldur? Ist er so wichtig?« »Keiner ist so geliebt worden wie er«, ruft Hermut. »Wir, die Asen, verlangen, dass du ihn uns zurückgibst.« Hels Augen verdunkeln sich, als sie das hört. »Ihr verlangt etwas von mir, der Herrscherin über den Tod?« »Ich wollte sagen, wir bitten dich«, sagt Hermut rasch. »Wir flehen dich an.« Hel ist aufgestanden. Sie wendet sich den beiden Toten zu, die stumm wie Steine dabei gesessen sind. »Hörst du, Baldur? Die Götter flehen mich an«, sagt Hel, und nun schnurrt sie wie eine Katze vor Behagen. »Was sollen wir ihnen antworten? Das will gut überlegt sein. Oh ja, ich weiß, wie man mit solchen Bittstellern umgeht.« Langsam tritt sie Hermut entgegen und blickt ihm in die Augen. »Also gut.« »Du sollst sie haben. Alle beide. Aber nur unter einer Bedingung.« Hermut traut seinen Ohren kaum. Freudig verspricht er ihr, auf alles einzugehen, was sie verlangt. Die Königin des Totenreichs streckt ihre blauen Nägel von sich und sagt mit einem boshaften Lächeln, »Es gibt mir zu denken, was du gesagt hast. Neugierig bin ich, ob es wahr ist, dass Baldur wirklich so vermisst wird, wie du behauptest. Ich nehme dich beim Wort. Ich will dich auf die Probe stellen.« »Auf welche Probe?« »Was meinst du?« fragt Hermut. »Pass auf und höre gut zu. Wenn die ganze Welt Baldur beweint, dann mag er samt seiner Frau nach Asgard zurückkehren. Aber freue dich nicht zu früh. Denn wenn es nur ein einziges Wesen auf der Welt gibt, das ihn nicht beweint, sei es ein Ase oder ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze oder auch nur ein Stein, dann werden beide ewig dort bleiben, wo sie sind, bei mir. Nun geh, bevor ich es mir anders überlege.« Hermut macht sich auf den Weg. Baldur und Nanna dürfen ihn ein Stück weit begleiten. Den Zauberring Draupne übergibt Baldur seinem Retter. Er soll ihn Odin wiederbringen als ein Andenken, und Nanna gibt ihm Geschenke für Frigga mit. »Bald werden wir dich abholen,« sagt Hermut und umarmt seinen Bruder. Aber der schüttelt den Kopf und antwortet ihm, »Das glaube ich nicht. Mein Mund ist voll von Asche.« Hermut gibt seinem Pferd die Sporen, doch bevor er den Hof verlassen hat, bellt Hel ihm nach, »Du kannst ganz sicher sein, dass ich Gerechtigkeit walten lasse.« Hermut reitet über die beinene Sperre und überquert die goldene Brücke, bis er ins Lichtereich der Lebenden kommt. In Asgard angekommen, berichtet er, was er gesehen und gehört hat. Nun senden die Asen Boten in die ganze Welt aus und bitten alles, was da lebt und webt, um Hilfe. Alles trauert. Menschen und Tiere klagen um Baldur, selbst den Wölfen und den Hexen werden die Augen feucht, wenn sie an ihn denken, und die Trolle verbergen ihr Gesicht in den Händen. Sogar die ältesten Feinde der Asen vergießen ein paar höfliche Tränen, denn Baldur war etwas ganz Besonderes und nie hat sich jemand über ihn beklagt. Himmel und Erde laufen über von Tränen, von Bäumen und Sträuchern rinnt das Nass, die Steine schluchzen und die Berge stöhnen. Als aber die Boten ihren Auftrag erfüllt haben und auf dem Heimweg sind, da begegnen sie einem alten Trollweib, das sich Tuck nennt. Auch sie wird gebeten, die Totenklage um Baldur anzustimmen, doch sie zuckt nur die Schultern und sagt, »Was geht es mich an, dass einer der Hohen Herren in Asgard gestorben ist? Lasst mich zufrieden mit eurem Baldur!« Die Boten bitten Tuck, sich ihre Antwort noch einmal zu überlegen. »Weißt du, was das bedeutet? Wenn du nicht um ihn weinst, kann er nie zurückkehren.« »Glaubt ihr, Frigger würde weinen, wenn ich einen meiner Söhne verliere? Ich müsste lügen, wenn ich um den ihren jammern sollte. Hier seht her!« ruft sie und zieht ihr Augenlid herunter. »Meine Augen bleiben trocken. Ich habe in meiner Zeit schon zu viel geweint. Ich bin es leid, das Klageweib zu spielen. Mag Hel ihre Beute behalten, mir soll es recht sein.« Und so kam es, dass Baldur bei den Toten bleiben musste. Aber wer war diese Tuck? War sie wirklich eine Trollfrau, die niemand kennt oder einer, der berüchtigt ist für das Unheil, das er so oft gestiftet hat? War es nicht Loki, von dem es heißt, dass er sich mit Vorliebe in Frauenkleidern herumtreibt, wenn er etwas Böses im Schilde führt? Er war es. Und kein anderer. Von seiner eigenen Macht berauscht, glaubt er, kein anderer habe einen besseren Kopf, eine geschmeidigere Zunge als er. Warum soll immer Odin der Häuptling sein, denkt er, warum nicht ich? Er bildet sich ein, alle seien gegen ihn. Immer fühlt er sich zurückgesetzt. Er ballt die Fäuste, wenn er daran denkt. Aber dann lächelt er wieder selbstzufrieden und sagt sich, habe ich nicht drei wunderbare Kinder, den Fenriswolf, die Midgard-Schlange und vor allem Hehl, die Herrscherin über die Toten. Ja, beschließt er dann, ich will ihnen ein guter Vater sein und es an nichts fehlen lassen, dass sie zu ihrem Recht kommen. Ich und meine Kinder, uns soll nichts und niemand im Wege stehen, denn wir sind mächtiger, als ihr alle ahnt. Es wird Nacht und lachend wandert Loki unter den Sternen. Die Stimmung in Asgard ist gereizt. Alle reden über Loki. Jetzt erinnert sich niemand, mehr an seine guten Dienste. Wie oft haben seine Einfälle den Asen geholfen, als Not am Mann war. Wie oft haben sie über seine Scherze gelacht. Aber das alles ist vergessen. Jetzt lässt keiner mehr ein gutes Haar an Loki. Nicht nur, dass er uns zum Narren gehalten und hinters Licht geführt hat, heißt es, nicht nur, dass er schuld ist an Baldurs Tod, er hat auch dafür gesorgt, dass sein Halbbruder nicht von den Toten zurückkehren durfte. Er ist auch noch stolz auf seine Untat, sagt Heimdal. Er macht sich lustig über uns. Ich zerschmettere ihm den Schädel, ruft Thor. Nur Sigyn hält ihm die Stange. Ihr vergesst, dass ich ihn lieb habe, sagt sie. Ach, Sigyn, raten ihr die anderen Frauen. Was hast du davon? Nichts als Ärger. Warum suchst du dir nicht einen anderen? Aber Sigyn schüttelt nur den Kopf und geht ihre Wege. Das Herz hat keine Wahl, sagt sie. Niemand kann sich seine Liebe aussuchen. Odin befiehlt, dass Loki bei lebendigem Leibe gefangen und bestraft werden soll. Er schickt seine Raben, Hugin und Munin aus nach Midgard und nach Jotumhain und bittet Zwerge und Alben um Hilfe bei der Suche. Die Walküren reiten über Berg und Tal, Meer und Wolken. Er selber hält Ausschau von seinem Thron hoch über der Götterbrück. Und ich habe dich geliebt, denkt er voll Bitternis, während er den Blick über die Welt schweifen lässt. Er starrt hinaus, bis ihm die Augen tränen. Loki ist weit in die Wildnis gegangen. Auf dem Gipfel eines hohen Berges hat er sich ein Haus gebaut, ein Haus mit vier Türen, damit er von seinem Stuhl aus den Blick frei hat in alle Himmelsrichtungen. Nicht weit davon stürzt ein Wasserfall in die Tiefe. Jeden Morgen verwandelt er sich in einen Lachs, der im rauschenden Wasser spielt. Niemandem wird es einfallen, nach einem Fisch zu suchen, denkt er. Bald werden es die Asen müde werden, nach mir zu suchen. Bald haben sie mich vergessen. Und dann ist meine Zeit gekommen. Dann will ich endlich meinen Sohn, den Fenriswolf, zu mir rufen, mein Kind, die Midgard-Schlange und Hel, meine mächtige Tochter, die über das Reich der Toten herrscht. Und dann nehmen wir Rache und werden dieser ganzen Welt ein Ende machen. Die Asen aber haben die Fahndung nach Loki nicht aufgegeben. Eines Tages sieht er in der Ferne eine lange Kette von Gestalten, die das Gebirge absuchen. Mit jedem Schritt kommen sie näher. Rasch wirft Loki das Netz ins Feuer, nimmt seine Fischgestalt an und springt glatt und zappelnd in den Wasserfall. Die Asen finden das Haus leer. Aber sie sind nicht ganz sicher, dass kein lebendiges Wesen bei ihrer Suche durchgeschlüpft ist. Sie untersuchen die Asche im Herd und entdecken das Muster des verbrannten Netzes. Da wissen sie sogleich, wonach sie zu suchen haben. Sie knüpfen ein neues Netz und werfen es in den Fluß aus. Thor hält es an einem Ende, das andere halten die übrigen Asen fest. Nun durchkämmen sie wartend den Fluß. Loki schwimmt vor dem Netz her, so tief wie möglich am Grund des Wassers, hält still, legt sich flach zwischen zwei Steine und hält den Atem an. Er spürt im Rücken, wie das Netz ihn streift. Auch die Asen haben bemerkt, wie etwas in den Maschen zuckt. Sie binden schwere Steine an das Garn, bevor sie es von Neuem auswerfen, da flüchtet Loki und stürzt in die Tiefe. Mit einem Satz kehrt er um, macht einen Lugger Luftsprung über das Netz und schwimmt zurück zum Wasserfall. Doch nun haben die Asen ihn gesehen. Sie teilen sich in zwei Gruppen, von denen jede ein Ende des Netzes hält. Thor wartet in der Mitte des Flusses. So ziehen sie Schritt für Schritt das Netz nach unten. Noch einmal wagt Loki einen Sprung über das Garn, aber diesmal ist Thor schneller. Wie ein hungriger Bär wirft er sich nach vorn und greift nach ihm. Beinahe wäre der glatte Leib ihm durch die Finger geschlüpft, doch es gelingt ihm, den Lachs am Schwanz zu packen. »Lasst mich los!« zetert der zappelnde Fisch. Da deutet Freier auf ihn und ruft, »Du, der du dich in Fischgestalt verbirgst.« »Ich befehle dir, komm hervor und zeige dich. Sei, der du bist!« Sogleich liegt Loki wimmernd zu ihren Füßen. »Hast du vergessen,« sagt Freier, »wer dich vor langer, langer Zeit alle deine Künste lehrte. Jetzt bereue ich es, denn du warst es nicht wert, dass ich meine Zeit mit dir vergeudet habe.« Sie wendet sich an Odin. »Was soll mit ihm geschehen?« fragt sie. Doch Odin wendet sich ab und schüttelt den Kopf. »Tut mit ihm, was getan werden muss,« antwortet er müde. So sehr er sich auch wehrt, es gelingt den Asen, ihn zu fesseln. So wird Loki nun liegen bleiben bis ans Ende der Welt. Erst wenn es gekommen ist, heißt es, sollen die Ketten von ihm abfallen wie verdorrtes Gras. Dann, so heißt es, wird nicht nur Loki freikommen. Auch der mächtige Fenris-Wolf wird sich losreißen und mit offenem Rachen, aus dem der Schaum wie Wolken über die Erde treibt, über Land und Meer hetzen. Auch die große Midgard-Schlange wird sich dann über die Ufer des Weltmeers wälzen und der Erdboden wird sich auftun, so dass Hel an der Spitze ihres gewaltigen Totenheeres ihren letzten Ritt antreten kann. So ist es vorherbestimmt. So wird es geschehen. Daran muss Odin denken. Er weiß es. Und dennoch fehlt ihm Loki. Er denkt an ihn wie an einen toten Bruder. Und er vermisst ihn. Irgendwo in der Einöde, am Rand eines kleinen Teichs, liegt zwischen Heide und Buschwerk etwas, das einem moosbewachsenen Stein gleicht. Aber auf einmal öffnet der Stein die Augen und starrt hinaus in den grauenden Tag. Ein abgehackter Kopf ist es, der dort liegt, ein Riesenschädel, dem der Leib fehlt. Und doch ist Leben in ihm. Und die Zunge leckt die kalten Lippen und die Nase hebt sich wie die Nüstern eines witternden Tieres gegen den Wind. Zwei große Ohren lauschen auf ein Geräusch, das immer näher kommt. Wer ist es, der da über die Heide reitet? Es ist ein Pferd mit acht Beinen, und der Reiter, der da absteigt, ist alt und grau. Odin ist es, der sich zu dem abgehauenen Kopf niederbeugt und ihn in die Arme nimmt. Sie lassen sich am Ufer ins Heidekraut nieder. Der Teich ist Mimes Brunnen, die Quelle der Weisheit. Einst hat Odin sich selber ein Auge ausgerissen, um davon trinken zu dürfen. Aber das ist eine andere Geschichte. Nicht von jeher ist Mime ein Kopf ohne Leib gewesen. Feinde haben ihm das angetan. Damals hat Odin den Tod von seinem Riesenhaupt abgewaschen, hat ihm die Stirn mit heilenden Kräutern gesalbt und seinem Freund Gedanken und Sprache wiedergegeben. Auch das ist eine andere Geschichte. Es ist genug zu wissen, dass Odin jedes Mal, wenn ihn Zweifel bedrücken, hierher kommt, auf die windgepeitschte Heide von Utgard, um Rat bei Mime zu suchen. Die beiden kennen sich seit so langer Zeit, und es gibt keinen, dem Odin lieber zuhört. Die Zukunft freilich kann keiner von beiden vorhersagen. Dennoch, eines weiß Odin. Das Ende der Welt, so wie er sie kennt, ist nah. Nichts kann ewig dauern. Bald werden Götter und Riesen ein letztes Mal ihre Kräfte messen. Wer wird den Sieg davon tragen? Wer wird unterliegen? Den Zeichen des Vogelzuges, die er am Himmel liest, traut Odin nicht mehr. Und was die warmen Eingeweide geschlachteter Tiere verraten, gibt ihm keine Gewissheit. Die einzigen aber, die die Antwort wissen, die drei Nornen an Urtsbrunnen, sie wenden sich ab und schweigen. Auch unter den Menschen gibt es einige, die weiter als andere in die Zukunft sehen können. Deshalb wendet Odin sich nun an Midgard, und Mimes Haupt nimmt er mit auf den Weg, denn zwei hören mehr als einer. Die Frau, die sie auf einer kleinen Lichtung treffen, ist weder jung noch alt. Sie steht auf und grüßt, indem sie einen kleinen Stab hoch in die Luft hebt. Der Griff ihres Stabes schimmert in glänzendem Messing. Ich habe euch erwartet, sagt sie. Der weite Mantel, den sie umhat, ist mit farbigen Edelsteinen geschmückt. Sie trägt eine Kette aus Perlen um den Hals und eine schwarze Mütze aus Lammfell auf dem Kopf. An ihrem Gürtel hängt ein großer, lederner Beutel. Ihre Handschuhe sind aus Katzenfell gemacht und an den Füßen trägt sie Schuhe aus zotteligem Kalbfell. Sie ist eine Wolve. Solche seltenen Frauen heißen nach dem Wohl, dem Stab, den sie tragen und auf dem sie reiten können, um ihre Seele in andere unsichtbare Welten zu tragen. Odin wendet sich ihr zu und fragt, »Weißt du denn, wen du vor dir hast?« »Du bist mein Gott«, antwortet die Wolve und fällt vor ihm auf die Knie. Es ist nicht das erste Mal, dass Odin sich an eine Wahrsagerin wendet. Einmal hat er sogar eine von ihnen aus dem Grab geholt. Aber in dieser Nacht möchte er lieber mit einer sprechen, die am Leben ist und die ihm wohl will. »Kannst du für mich in die Zukunft sehen?« fragt Odin. »Manche Tage«, erwidert die Wolve, »sind klar und deutlich, aber andere verbergen sich hinter dunklen Türen.« »Was liegt hinter diesem Herbst und dem nächsten Winter?« »Wie weit soll ich schauen, Herr?« »Soweit du nur kannst«, sagt Odin, »auch wenn es eine ganz andere Zukunft ist, als du dir wünschst.« »Auch dann.« »Du sollst mir alles sagen«, ruft der Götterkönig, »alles bis zum Ende der Welt.« Sogleich beginnt die Wolve mit ihrem Werk. Aus dem Beutel an ihrem Gürtel holt sie eine Salbe aus Bilsenkraut und Stechapfel hervor, mit der sie, erst summend, dann mit lauter hoher Stimme singend, ihren Stab einsalbt. Mit einem Satz nimmt sie den Stab zwischen die Beine und springt auf ihm umher. Der Stab ist ihr Pferd. Sie schließt die Augen, wirft den Kopf hin und her, ruft und singt. Am Ende sinkt sie zu einem unförmigen Haufen in sich zusammen. Der weite Mantel deckt sie ganz zu. Still liegt sie da, ohne einen Laut von sich zu geben. Nichts regt sich. Odin wartet geduldig. Er lehnt mit dem Rücken an einem Kiefernstamm. Mimes Haupt liegt neben ihm im Gras. »Musst du denn immer wissen, was dir bevorsteht?« sagt Mime. »Das gibt mir Zeit zum Nachdenken«, brummt Odin. Der Kopf des Riesen seufzt. »Warum gibst du dich nicht mit dem Tag zufrieden?« In Odins Augen blitzt es, doch bevor er antworten kann, regt sich der dunkle Haufen wieder. Die Vulve erhebt sich. Sie öffnet ihre Augen. »Hört mich an«, sagt sie. »Und seht.« »Das erste Zeichen sind drei Hähne, die wie aus einem Munde krähen, und alle Welt wird sie hören. Der eine ist rot. Er kräht in Jotunheim und in Utgard. Er weckt alle toten Riesen und Zwerge. Der zweite Hahn ist schwarz wie Ruß. Er weckt in Heelsreich alle Toten auf und ruft Garm, ihrem gewaltigen Hund, herbei. Der dritte Hahn hat einen goldenen Kamm. Er kräht in Asgard und weckt alle Gefallenen in Valhall. Überall folgen die Toten diesem Ruf. Sie wissen, dass sie bald den Lebenden wieder begegnen werden. Nun ist sie angebrochen, die Zeit, da alles, was wir kennen, untergehen muss. Odin röspert sich. Hat sie einen Namen, die Zeit, von der du sprichst? Alles hat einen Namen, antwortet die Vulve, sogar die Finsternis. Ragnarok wird sie genannt. Die Zeit, da die Asen den Verstand verlieren und vergessen zu atmen. Ragnarok heißt sie, die Zeit, da Mächte vergehen wie Eis an der Sonne. Erzähle weiter, bittet Odin sie. Ich sehe Axt und Schwert, sagt sie. Ich sehe Unfrieden überall und blutiges Ringen. Ich sehe drei Jahre, in denen der Bruder dem Bruder in den Rücken fällt und der Sohn den eigenen Vater nicht verschont. Daran ist nichts Neues, ruft Odin. So ist es seit Menschengedenken zugegangen. Aber sprich, was kommt noch alles auf uns zu? Drei Jahre, die wie ein einziger Winter sind, antwortet die Vulve. Der Schnee weht über die Welt und die Sonne wärmt die Welt nicht länger. Fimbul heißt dieser längste und furchtbarste aller Winter. Viele werden einschneien, in finsteren Eisspalten ertrinken, unter gewaltigen Lawinen begraben werden. Andere werden in ihren Betten erfrieren und sich blau vor Frost auf den Weg ins Totenreich machen. Eine Riesen sehe ich, weit im Osten, im Eisenwald. Sie gebärt Trolle in Wolfsgestalt. Das tut sie seit eh und je, knurrt Odin. Ich kenne sie und ihr räudiges Pack. Da schreit die Vulve auf. Ich sehe zwei ihrer zotteligen Kinder, Skoll und Harte, die beiden Wölfe am Himmel, die seit Erschaffung der Welt hinter der Sonne und dem Mond herjagen. Jetzt ist es soweit. Jetzt packen sie zu. Skoll verschlingt die Sonne und harte den Mond und die Wolken sind rot von Blut. Die Wölfe fröstelt. Sie hebt ihren Stab und zeigt hinauf. Seht nur, flüstert sie, nicht einmal die Sterne leuchten mehr. Jetzt fängt die Erde an zu beben. Sie erhebt ihre Stimme und schreit, die Berge stürzen ein, die größten Bäume werden aus dem Boden gerissen und schießen wie Speere durch die Luft. Die Weltesche Yggdrasil kracht und schwankt. Der Winter löst seinen kalten Griff und alles, was fest war, wird in Stücke gerissen. Alles? Odin runzelt die Stirn. Alles, wiederholt die Wölfe. Ich weiß, was du fürchtest. Doch sieh selber. Dann wirst du mir glauben. Und Odin blickt auf und sieht alles, was sie verkündet hat. Er sieht den Fenris-Wolf, wie er an seinen Ketten zirrt. Er sieht Loki, wie er um sich tritt und zappelt. Er sieht, wie sich ihre Fesseln lösen, wie Sigyn vor Freude lacht, wie sie Loki umarmen will. All die Jahre, die er gebunden da lag, ist sie nicht von seiner Seite gewichen. Doch nun fegt Loki sie ohne ein Wort zur Seite und geht seiner Wege. Er hat keine Zeit für Dankbarkeit. Er denkt nur noch an seine Rache. Odin sieht auch, wie der Fenris-Wolf mit aufgerissenem Rachen und glühenden Augen über die Berge stürmt. Seine Fangzähne streifen die Wolken, seine Läfze den Boden. Willst du noch mehr sehen? fragt die Wölfe. Hast du genug gehört? Ich will alles wissen, antwortet Odin. Sie zeigt ihm das Meer, wie es kocht und strudelt und baumhohe Wogen wirft. Es ist die Midgard-Schlange, die es mit ihrem rasenden Schwanz aufpeitscht. Jetzt wälzt sie sich an Land und zerschmettert dabei die Schiffe im Hafen. Wolken von Gift steigen aus ihrem Schlund. Sie brüllt aus vollem Halse. Nach ihrem Bruder, dem Wolf, ruft sie. Mit vereinten Kräften wollen sie die Erde verwüsten. Jetzt lichtet auch Nagelfarri die Anker, das unheimliche Schiff, das aus den Nägeln der Toten gebaut ist. Mit schwarzen, zerlumpten Segeln kommt es aus dem Nebel und dem Regen des Ostens. Kannst du sehen, wer am Ruder steht? sagt die Wölfe. Schau genau hin. Es ist Loki, ruft Odin. Die Wölfe nickt. Und eine Mannschaft von verrotteten Leichen bringt er mit. Odin ballt die Fäuste. Er atmet schwer. Tausend Jahre lang ist er wie ein Bruder für mich gewesen, sagt er. In großen Scharen ziehen die Feinde aus Nord und Ost herbei, Lebende und Tote, Riesen und Trolle, in voller Rüstung und starrend vor Waffen. Große Kriegstrommeln schlagen den Takt dazu. Schau dich um, ruft die Wölfe plötzlich. Und als Odin sich umwendet, sieht er, wie der ganze Himmel im Süden aufreißt und das Land dahinter zum Vorschein kommt, das unbekannte, unheimliche Muspelheim, das es schon lange gegeben hat, ehe Odin mit seinen Brüdern die Welt erschuf. Aus diesem feurigen Reich stürmt ein mächtiges Heer von schimmernden Reitern herbei, angeführt von Soth, dem uralten Häuptling, der ein Flammenschwert schwingt. Alles, was er berührt, fängt Feuer und verglüht. Kann nichts sie aufhalten, fragt Odin sich. Sieh nur, wie ganz Midgard brennt. Die Feuerreiter eilen auf Bifrost, die Regenbogenbrücke zu. Haben sie es auf Asgard abgesehen? Wollen sie die Festung der Götter stürmen? Nie wird der Regenbogen sie tragen, ruft Odin. Doch das Heer aus Muspelheim setzt wie ein großer Fackelzug über die Brücke. Sie ist den Asen und ihren Freunden vorbehalten, murmelt Odin. Dafür habe ich gesorgt, das ist mein Gesetz. Aber an seinem Wort nagt der Zweifel. Die Brücke erzittert und schwankt, ihre Farben mischen sich zu einem trüben Grau. Dann stürzt sie ein, und im Funkenregen stürzen tausende von Reitern in die Tiefe. Viele kommen um, doch andere überleben den Sturz. Unter ihnen ist Soth, der sein Flammenschwert schwingt und den Rest seines Heeres anführt, bis sie die große Wiese erreicht haben. Diese Weide ist hundert Meilen lang und hundert Meilen breit. Dort sammelt sich der feurige Haufen. Riesen und Gespenster stoßen zu ihm. Auch der Fenris-Wolf und die Midgard-Schlange haben sich von Loki ihrem Vater angeleitet am Kampfplatz eingefunden. Willst du noch mehr sehen, fragt die Vulve. Hast du genug gehört? Doch Odin schüttelt den Kopf. Es ist zu spät, um sich abzuwenden, sagt er grimmig. Ich will sehen, wie unsere Streitmacht sich sammelt. Heimdall stößt ins Horn und die Asen halten Kriegsrat. Wie alt und hilflos sie aussehen, wie unheilvoll es knarrt in den Ästen der Weltesche Yggdrasil. Ist es nicht schon zu spät? Ist es nicht sinnlos, gegen einen so übermächtigen Feind anzugehen? Odin bespricht sich mit Mimes Haupt, doch auch der weiß keinen Rat. Kannst du auch dich selber sehen, flüstert die Vulve. Ratlos, wie du bist, voller Furcht vor der Niederlage, verfolgt von der Ahnung, dass dein Reich dem Untergang nahe ist. Das soll ich sein, sagt Odin missmutig, so schwach, so mutlos. Da sieht er Frigga kommen. Sie bringt Odin seinen goldenen Helm, setzt ihn, ohne ein Wort zu sagen, ihm auf den Kopf und küsst ihn auf beide Wangen. Nun schleppen auch die anderen Asen ihre Waffen und Rüstungen herbei. Die Untoten aus Valhall, alle die gefallenen Helden, die Odin unter den Menschen gesucht und gefunden hat, machen sich bereit, ihnen zu folgen. Auch aus Volkwang kommen die Streiter, die bei Freier gehaust haben, stoßen zum Heer der Asen. Sie hat sie mit scharfen Krallen und Luchskappen versehen. Nun fauchen sie und miauen wie wilde Katzen. Thor hat seine eisernen Handschuhe angezogen und seinen starken Gürtel angelegt. Er lässt den Hammer Mjölner über seinem Haupt kreisen. Seine Böcke stoßen ungeduldig voran. Der Götterkönig hat Sleipnir sein achthufiges Ross gesattelt. Er hält seinen Speer in der Hand, Hugin und Munin, die beiden Raben sitzen ihm auf den Schultern und die beiden zahmen Wölfe spuren neben ihm her. So ziehen die Asen hinaus auf die Wallstadt. Zum Abschied winken sie den Frauen, die in Asgard zurückbleiben und die sie vielleicht nie wiedersehen werden. Auf dem weiten Kampfplatz stoßen die beiden gewaltigen Heere zusammen. Schon beim ersten Treffen verliert Odin seine Raben und seine Wölfe. Thors Böcke werden von Pfeilen durchbohrt. Sein Wagen stürzt um und er wird zu Boden geschleudert. Doch Odin sammelt das Heer von Neuem um sich und noch einmal wirft es sich dem Feind entgegen. Odin reitet geradewegs auf den Fenriswolf zu und Thor versucht ihm zu folgen. Doch der Donnergott ist nun zu Fuß und bleibt hinter dem Reiter zurück. Die Midgard-Schlange seine alte Feindin wirft sich ihm in den Weg. Sie zischt und heult. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt. Willst du noch mehr sehen? fragt die Wölfe. Hast du genug gehört? Ich muss wissen, wie es weitergeht, sagt Odin. Mein Kampf mit dem Fenriswolf werde ich ihn besiegen. Die Wölfe schüttelt den Kopf. Er verschlingt dich, sagt sie. So ist es geweissagt und so muss es geschehen. Odin schluckt und fragt weiter. Wird es ein guter Kampf gewesen sein? Die Wölfe hat Tränen in den Augen. Ja, sagt sie. Ein guter Kampf. Aber Thor wird mich rächen, sagt Odin und wieder schüttelt die Wölfe den Kopf. Thor hat genug damit zu tun, sich seiner Haut zu wehren gegen die Midgard-Schlange. Und Tür? Ihn bedrängt Heels und Tür, der Hund, der das Totenreich bewacht. Keiner von beiden wird den Zweikampf überleben. Was ist mit Frey? Er hat es mit Surt aufgenommen, dem alten Feuerriesen aus dem Süden. Beide sind gewaltige Schwertkämpfer, doch Surt hat die schärfere Waffe. Du weißt doch, einst hatte Frey ein Schwert, das von selber zuschlug. Nun reut es ihn, dass er es vor langer Zeit gegen die Liebe einer Trolltochter tauschte. Trotzdem, er ficht auf seinem goldenen Eber wie ein wahrer Meister gegen Surt, der auf einem brennenden Pferd reitet. Kannst du sie sehen? Odin nickt. Dann wirst du auch erkennen, dass Surt die Oberhand behält. Sein Flammenschwert spaltet frei von Kopf bis Fuß in zwei. Und wie wird es Heimdall ergehen? Er kämpft gegen Loki. Die beiden haben sich nie miteinander vertragen. Jetzt finden sie alle beide den Tod. Odin spürt, wie ihm die Stimme versagt. Es sticht in seiner Brust. Soll ich denn ungerecht auf dem Schlachtfeld liegen bleiben, flüstert er? Ruft mein Blut vergebens nach all meinen Brüdern? Du hast den Letzten deiner Söhne vergessen, sagt die Vulve. Vidar, den ihr den Wortkargen nennt. Aber nach Thor ist er der Stärkste von allen. Sieh nur, was er tut. Odin starrt in die Ferne. Noch einmal sieht er sich selber in den Fängen des gnadenlosen Fenriswolfs, der ihn verschlingt. Doch nun erkennt er auch Vidar, der das Ungeheuer verfolgt. Sein Sohn setzt einen Fuß in den Rachen des Wolfs und tritt ihn mit letzter Kraft zu Boden, während er mit beiden Händen nach seinem Oberkiefer greift und ihn hochreißt. Röchelnd verendet das Untier und Odin ruft, dann werde ich wenigstens in Frieden ruhen. Die Vulve sieht ihn an und sanft sagt sie, das hast du wohlverdient. Die Schlacht ist zu Ende. Die Asen sind besiegt. Nur an einer Stelle rast der Kampf weiter. Die Midgard-Schlange hat sich um Thor geringelt und versucht, ihn zu zerdrücken, doch Thor hält seinen Hammer fest. Keiner der beiden will aufgeben. Riesen und Gespenster haben sich um die Kämpfer gescharrt, um zu sehen, wie der Streit ausgeht. Endlich gelingt es Thor, den Arm mit dem Hammer aus der Umarmung des Wurms zu befreien und zuzuschlagen. Die Schlange stirbt. Aber nachdem er neun Schritte getan hat, sinkt auch Thor zu Boden. Die Midgard-Schlange hat ihn vergiftet. Willst du noch mehr sehen? fragt die Vulve. Hast du genug gehört? Odin sieht sie an. Das ist das Ende. Gibt es denn noch mehr zu sehen? Die Vulve nickt. Spürst du nicht, dass es nach Brand riecht? sagt sie. Jetzt merkt es auch Odin und er sieht, wie Sod und seine Muspelsöhne wie ein Sturmwind durch die Welt jagen. In jedes Haus und in jeden Winkel schleudern sie Feuerbrände. Überall zischt und raucht es. Als Odin sieht, wie sogar Yggdrasil in Flammen steht, kommen ihm die Tränen. Nun weiß er, dass alles zugrunde gehen wird. Er hebt den Kopf und blickt der Hellseherin in die Augen. Ich mochte die Welt, sagt er ruhig. Vieles an ihr hätte anders und besser sein können. Trotzdem, im Großen und Ganzen gefiel sie mir. Und jetzt ist sie zunichte geworden. Kein Stein ist auf dem Andern geblieben. Ja, deine Welt ist eine einzige Brandstadt, sagt die Vulve. Stumm stehen die beiden da und sehen zu, wie die versenkten Trümmer im Meer versinken. Also war alles, was wir getan haben, vergebens, sagt Odin müde. Wir haben umsonst gelebt. Geduld, sagt die Vulve mit einem Lächeln. Es gibt noch mehr zu sehen. Ich kann nicht mehr, sagt Odin. Doch nun fasst ihn die Vulve mit beiden Händen ist reingewaschen und ein neues Leben kann beginnen. Ein neues Leben, fragt Odin verstört. Die Vulve nickt. Siehst du die große Wiese, den alten Versammlungsplatz der Asen, wie sie blüht? Von Asgard, der Götterburg, ist keine Spur mehr zu sehen. Doch Odin erkennt, wie die gefallenen Asen sich nach und nach auf der großen Wiese einfinden. Sie leben noch, ruft Odin verwundert. Es sind die wenigsten, antwortet die Vulve. Es sind die, die Glück gehabt haben. Odin erkennt Wida und Wohle und Thors Söhne, Mude und Magne. Sie haben Mjölner mitgebracht, den Hammer ihres Vaters. Auch der alte Hune kommt angehinkt und aus dem Totenreich Heels kehren Baldur und Hoth zurück. Baldur führt seinen blinden Bruder an der Hand. Sie lachen und im frischen Gras finden sie das uralte goldene Schachspiel der Asen wieder. Sieh nur, ruft die Vulve voller Freude, auch in Midgard gibt es einige, die sich wieder hervorwagen. Odin sieht ein einziges Menschenpaar, das den Untergang überlebt hat. Sie haben in einer Lichtung Schutz gefunden, an der der Feuersturm vorbeigezogen ist und nach der großen Flut hat das Meer sie zurückgegeben. Lange war der Morgentau ihre einzige Nahrung. Sie werden Kinder und Enkelkinder bekommen, sagt Odin froh. Die Vulve nickt. Ein neues Menschengeschlecht wird die Erde bevölkern, sagt sie. Odin reibt sich die Augen, er ist müde. Gibt es noch etwas, was ich wissen sollte, fragt er. Nein, Herr, antwortet die Hellseherin, jetzt sind meine Augen leer, weiter in die Zukunft kann ich nicht sehen. Du saßt weit genug. Die Vulve verbeugt sich tief vor Odin. So hat der Traum es mir gezeigt, so muss es geschehen. Odin steigt zu Pferde und reitet davon. Er trägt Mimes Haupt im Arm. Lange ziehen sie schweigend durch die sterbenklare Nacht hin. Endlich fragt Mime, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ich weiß es nicht, antwortet Odin. Du weißt es nicht? Vielleicht ist es so, sagt der Götterkönig, dass ich nur das fand, wovor ich mich fürchtete. Am Ende hätte ich eher nach dem suchen sollen, was ich mir erhoffe. Mein Freund, sagt Mime, alles auf der Welt kann auf tausend verschiedene Weise enden. Nicht alles, was ich sah, war finster, erwidert Odin nachdenklich. Es gab auch graue Nebelstreifen und Licht, das durch die Wolken brach. Dann hätte es schlimmer kommen können. Eines weiß ich ganz gewiß. Nichts von alledem ist bereits geschehen. Noch ist Ragnarok nichts weiter als ein böser Traum. Du hast recht. Der Möglichkeiten gibt es viele. Noch haben wir es in der Hand, sie zu finden, zu ändern, was zu ändern ist. Mime lächelt in der Dunkelheit. Mein einäugiger Freund, sagt er sanft, nie wirst du aufgeben. Nie, ruft Odin und drückt das struppige Riesenhaupt an seine Brust. Nie. So reiten sie wortlos weiter bis der Morgenkraut.